Jetzt ja, hey yo zusammen. Willkommen zu Let's Play Total War Warhammer 2. Ich hoffe es passt wieder alles. Meine Nesselsucht ist komplett zurückgekehrt. Wahrscheinlich kann man es in der Kamera gar nicht sehen, selbst wenn ich es euch zeigen wollen würde. Es sind auch die Lichtverhältnisse gerade gar nicht die besten. Ich kann nur mal gucken, ob man das sieht. Man sieht eigentlich gar nichts. Ja, seid froh drum. Seid froh drum, kann man nichts machen. Ich meine die Hand ist halt heftig, aber man sieht es am Licht nicht. Da müsste ich Fotos machen. Sieht ziemlich normal aus. Ist sie aber eigentlich nicht. Das ist überall. Das ist hier, hier an der Seite. Das sind zum Beispiel überall Quaddeln. Ja, man sieht es halt nicht. Ne, keine Chance. Na gut. Muss nicht sein. Sieht auch nicht schön aus. Ist halt alles aufgequollen und gepustelt. Egal. Ist halt für alle, die es interessiert und die, die es nicht interessiert. Pech. Ist mein Kanal. Da mache ich eklige Dinge, die ich will. So. Ich habe ein paar Tage Pause gehabt. Ich weiß gar nichts mehr. Okay, ich weiß, Queek ist hier unten unterwegs. Mit Tredge. Das ist ja schon mal falsch. Das ist ja komplett falsch. Okay. Dann machen wir das so, dass das Tredge-Dingens runter geht und der geht da rein und danach hoch. So rum machen wir das jetzt. Ich sehe nicht, wo das ein knapper Sieg sein soll, aber okay. Gut. Egal. Dann ab in Plünderstellung und ab nach oben. Genau. Du plünderst dich hierhin. In die Richtung. Camry ist nämlich immer noch viel los, aber da ist wenig Verteidigung. Das ist gut für uns. Gibt auch gut Geld. Sehr schön. Sehr schön. Boah. Alles Jupp. Holy Crap. Ist wieder so schlimm geworden. Wow. Aber gut, so ist es halt. Dann greifen wir uns hier Casa Bar an. Das ist free. Okay. 3.000. Sehr schön. Ich brauche jetzt erstmal wieder Kohle. Ich muss meine Städte ein bisschen aufbauen. Ja, dann kannst du... Das lohnt sich gar nicht. Da kannst du rüber. Ja, Aureons Lager ist absolut nutzlos. Ich könnte eine Unterstadt bauen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Muss ich aber nicht. Ich habe Zeit. Das wird irgendwann von alleine gehen. So. Ich weiß, ich habe ein paar Nahrungsprobleme. Deswegen sollte ich wohl gucken, dass ich irgendwas mit Nahrung mache. So, die wurde entdeckt. Aber nicht zerstört. Hm, seltsam. Die auch. Es ist halt doof, dort zu bauen, wo sie schon mal entdeckt wurde. Aber hm. Hexuatel ist richtig. Hier kamen ja die Zwerge, Hexuatel, Etain. Hier kam ja alles. Ich glaube, die mögen mich nicht. Hm. Okay. Okay. Gut. Das war die Geschichte. Ansonsten kann ich hier mit Geld wenig machen. Ich kann hier noch ein bisschen Geld machen. Oder ich mache Nahrung. Weil ich glaube, Nahrung brauche ich gerade eher am dringendsten. Ja. Okay. Okay. Gut. Das waren die Sachen. Dann kann der wieder... Was hat der denn? Ah, da haben wir ja auch gemacht. Einkommen. Genau. Den Brutschrecken hat er noch nicht. Okay. Elf Runden braucht das da. Na gut. Okay. 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 So, Queek. Ja, der kann da... Ja, der kann eigentlich noch ein bisschen nähern. Das passt schon. Oh, da sind viele Armeen. Ja, aber nicht so gefährlich. Gut. Ähm. Hier plündere ich gerade. Ah ja, guckt mal, hier sind die Zwerge unterwegs. Aha, aha, aha. Der... Würde der nicht besser... da drüben? Nicht wirklich. Ich könnte mich mal nach Splitterfels zurückziehen. Äh. Einfach in der Hoffnung, dass es dann ein bisschen besser geht. Na ja. Bisschen besser. Ich könnte jetzt hier hingehen und das einnehmen. Das Problem an der Geschichte ist dann bloß... Das ist nicht sehr klug. Ja, wenn der nicht plündert, ist das natürlich doof. Aber ich würde mich mit dem auch einfach mal zurückziehen, soweit ich kann. Äh. Ja, der hat hier lauter Leute, die meine Helden umbringen und verwunden wollen, ne? Äh. Okay, gut. Ist so. Kann ich gerade nicht ändern. So, Skrotz braucht noch einen Tag. Und der läuft, oder? Der läuft. Hat der ein Ziel? Der hatte ein Ziel. Jetzt hat er wieder keins. Äh. Ich glaube, der wollte hoch. Irgendwo. Irgendwo hoch. Keine Ahnung. Irgendwo hoch. Ah, die Höllengrube. Ja, da gehst du noch mal zur Höllengrube. So. Okay. Ich würde sagen, das passt soweit. Schauen wir mal weiter. Einfach mal weiter gucken, was sich jetzt hier tut. Wow. So, ich habe mich eingecremt. Ich habe nämlich so eine Cortison-Creme noch. Weil es ist wirklich, also an den Beinen ist gerade nervig, aber nicht so schlimm. Aber die Arme, die Handgelenke und die Finger und die Handflächen, wenn die quaddeln, wow, ist das ätzend. Vor allem, nicht nur, weil es halt echt blöd drückt, sondern der Juckreiz ist echt furchtbar. So, die möchten einen, will ich aber nicht. Warum mögen die mich nicht mehr? Große Macht plündern? Achso, die mögen die. Ist mir egal. Ja, mein Handelsabkommen. Ja, whatever. Dann magst du mich halt nicht mehr. Ist egal. Ich meine, wahrscheinlich werde ich Hackreif eh zerstören. Ich handle halt jetzt noch mit ihnen, weil, ja, bringt Geld. Aber auf kurz oder lang werde ich mir die Dracheninseln holen, um gut es. So, der. Ah ja, mhm. Der ist ja schon mal nicht schlecht. Luenlenoke. Boah, Alter. Boah, wie das hier. Vor allem ist das auch alles so heiß. Die ganze Haut ist heiß, als wäre da irgendwie Fieber. Boah. Krass, Mann. So, ich sollte nicht kratzen, aber es ist so unerträglich. Boah. Ja, ja, ja. Das ist halt so ein Bedürfnis, dass man sich am liebsten die ganze Haut mit so einer Reibe abraspeln möchte. Oh. Krass, Mann. Na gut. Schauen wir mal weiter. Also, das Plündern sieht gut aus. Sogar sehr gut. Ah. Oh, Mann, ey. Camry würde ich natürlich am liebsten gerne ein-, also nicht einnehmen, aber halt ausrauben, weil da liegt ne Menge Geld rum. Das wär schon, wär schon gut was wert. So, das Schwert, das Cain wurde bei einem beansprucht. So, der levelt noch ein bisschen. Okay. Das Training wär auch nicht schlecht. Ah, gut. Ah. Quellen der Ewigkeit. Da ist ne Unterstadt fertig geworden. Das ist natürlich nice. Das heißt, hier kann ich jetzt wieder ein bisschen was bauen. Das Ganze da links. Ah ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So. Ja. Ja, Skavenblythe ist fallen. Ah 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 ah. Oh oh. Na gut. Das gefällt den... Ist das aber doof. Führerschaft und öffentliche Oh, das tut ja richtig Aber da kann ich ja nix dafür Na gut, na gut, na gut, na gut Ähm Der kann da rüber gehen Durchsuch mal die Ruine Oh ne, nicht, oh Gott, okay Ähm Ja, was kommt da hin? Keine vier Eine vier hat's hier Dann muss hier ne zwei hin Na Weil hier geht keine vier Hier geht keine vier Das heißt, hier muss ne vier hin Wenn hier ne vier ist, ist hier ne eins Wenn hier ne eins, ist es hier ne drei Und dann muss hier ne zwei hin Die Frage ist nur, was für ne zwei Es muss ne gelbe sein Weil blau, rot, schwarz, ja, das ist ne gelbe zwei Ne Mechaniker Das war useless wie noch was Okay Ähm Okay, das ist jetzt ein Anzeige-Bug Hoffe ich Das wär's denn sehr strange Na gut Okay, ähm Der kann noch nix machen, der muss noch warten Skrotz ist wieder bereit Du kannst wieder plündern Aber mit Nebelberg bin ich ja jetzt Ja, ja, ja Relativ gut dabei Das heißt Ich lauf erstmal wieder hoch Richtung Bitterspitze Ja, genau Ja, genau Okay Das passt Gut, dann Tredge Du kannst natürlich Da hab ich gesagt, hab ich Zeit Du gehst da angreifen und ausrauben Antorair, das passt Das passt Entscheidender Sieg Ausrauben Fertig Plündern Weiter geht's Das wird gelb Dann Weak geht hoch Genau Okay Und der Der muss da eigentlich gar nicht lang Das ist schon ausgeplündert Dann rennst du da lang Genau Genau Perfekt Oh Okay Ja, da muss ich aufpassen So, was schenkt man dem noch? Ich glaub, da waren wir hier noch dabei Genau Gut, das passt Das passt Alter, ich sag's euch Also heute ist schlimm Heute ist gerade Also heute Morgen zumindest Das wird Das wird später noch besser Aber gerade im Augenblick Ist es echt ätzend Wow Na gut Muss ich durch Muss ich durch Na, hilft alles nix Es ist nur echt Echt ätzend Naja Okay Ähm Da ist halt die Frage Aber ich muss Ich muss jetzt ein bisschen durchhalten Das Ding ist Ich hab Cortison wieder bekommen Was gut ist Ich möchte aber nicht wieder Auf 40 Milligramm in der Früh Und 40 am Abend hoch Das ist halt sehr viel Ich möchte es erst mal mit 2020 probieren Noch hat's nicht angeschlagen Ich hab's jetzt aber erst seit Zwei Tagen genommen Das ist noch nicht lange Um wirklich auf eine hohe Auf einen hohen Spiegel zu kommen Äh Ich muss halt echt gucken Wie ich zurechtkomme Mal sehen Also bis Freitag Das sind jetzt mit heute noch drei Tage Wollte ich's mit 2020 probieren Wenn's dann nicht besser wird Muss ich halt hochgehen Aber das muss man alles mal gucken Irgendwann müsste es besser werden Es ist halt Heute ist halt noch echt schlimm Vor allem weil's halt an den An den Armen so krass ist Das wundert mich Also die ganze Die ganze Hand Ist zugequaddelt Und juckt und brennt Und ist halt heiß Richtig heiß Wenn man da hingeht Denkt man sich Also ich hätt gern so warme Hände Die ganze Zeit Aber nicht wenn ich dafür Diesen Scheiß ertragen muss Das macht keinen Spaß So Ähm Wir können hier ne Armee töten Das Ding ist hier ist Tick-Tap-Toe Und der ist Ja gut die Armee ist nicht so gefährlich Nicht ehrlich Ähm Wow wenn ich hier nicht plündere Bin ich voll am Arsch Ja das ist nicht so toll Ja gut der bleibt mal da stehen Das passt schon Das passt auch Das passt auch Der muss halt noch warten Ich will eigentlich dass die wieder full sind Weil das ist ne Main Armee Da fehlen Vor allem die Kanonen fehlen mir Das ist das Das geht so nicht So das ist fertig Ähm Der kann wieder laufen Es war ja in Düster irgendwo Wo war So Unterstadt Genau Da können wir noch bauen Sowas zum Beispiel Ich weiß nicht ob wir das brauchen Aber Es kann auch nicht schaden Ne So Genau Ja Pass Ansonsten glaube ich kann ich nirgends großes bauen Skavenblight ist halt wirklich gefallen Wow Hexwortl macht sich richtig gut hier Krass Itza auch Das ist halt heftig Dass es die Echsenmenschen so rüberkommen 21 Siedlungen Nicht schlecht Und sind natürlich mit Ethain verbündet Ich habe halt gar keine Verbündeten Lichtung der Königin Die ewige Eiche Auch interessant Ja hier gibt es auch viele Unterstädte die ich bauen kann Und auch bauen sollte Jetzt stimmt die Anzeige auch wieder Wenn ich Wenn ich die Unterstädte Wenn ich überall Unterstädte habe Dann kann ich mir auch ordentlich Truppen gönnen Aber Da fehlt mir noch ne Menge Ne Menge 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 So Im Gar Wer ist das? Ne Groblar Gnob Gnoblargebiet Meine Fresse Ich brauch ne Brille Gnoblargebiet Könnten wir vielleicht Ne Siedlung ausbauen Ob ich das mache Weiß ich noch nicht Ticktaktoren darunter Du willst unbedingt Will ich aber nicht Große Macht Vorurteile Plündern Andere Ist mir egal Ich muss halt die Zwerge bald wieder angreifen Aber ich glaube nicht Dass er das Bündnis auflöst Es wäre sau dämlich Von der Ergutte Das KI ist nicht Aber es wäre wirklich Sau dämlich Von der KI Das alles aufzulösen Wenn ich da oben Gerade dabei bin Mir Hier Einen Unterschlupf Aufzubauen Weil dann kann er Sicher denken Dass ich sofort Auch zu übungen So Der wollte Meinen Helden verwunden Das wäre doof gewesen Den brauche ich Nämlich Ich finde es krass Dass Zwerge Attentäter haben Ich meine Klar Jede Fraktion Sollte möglichst Alle Spielfraktion haben Aber Ist ja heftig Lauerer entdeckt Ja gut Die sind ja egal Die machen da ja Herzlich wenig Alter wie das Juckt Krass man Ich hoffe das hört bald auf Ah ja der will da jetzt angreifen Ja das kann er machen Das ist Obwohl er hat viele Helden dabei Er hat viele Helden dabei Ne warte mal Es sind bloß drei Stück Ich habe Mörser Jessails Sowas hier Er hat Reiter Aber Das ist jetzt nicht so gefährlich Sorry Sehe ich nicht wie er das gewinnen möchte Sehe ich wirklich nicht Vor allem Da ich den Vorteil habe Ich muss mich nur Ich muss nur überlegen Wo stelle ich mich auf Und wie Das muss ich jetzt gucken Aber theoretisch Sollte er da Keine Handhabe haben Hoffentlich verschwinden Die ganzen Scheißkarten Ich wüsste halt gern Woher es kommt Wenn es irgendeine Höhere Entität gäbe Wie bei Supernatural Die Engel Hätte ich gern jetzt einen da Der sagt Okay Er muss mich ja nicht mal heilen Dass er hier Wut Und alles ist weg Wäre geil Muss aber nicht sein Aber wenigstens Dass ich wüsste Wo kommt es her Kann ich da was machen Weil ich habe schon ewig gesucht Ich hatte es ja schon mal Vor vier Jahren oder so Und da habe ich alles ausprobiert Und nichts gefunden Gar nichts Kein Auslöser Der war unauffindbar Und wenn es da jetzt jemanden gäbe Der sagen würde Der sagen würde Ja da und da Deswegen hast du das Dann könnte ich sagen Ah scheiße Aber okay Jetzt weiß ich Bescheid So bin ich halt komplett tot Gut Gut also ich habe ich habe die Möglichkeit Sage ich mal mich hier aufzustellen Der Berg ist natürlich gigantisch gut Weil der Feind muss hochrennen Was nicht gut für ihn ist Und ich stehe da extremst stark So warum die jetzt nicht in Die Formation Ist egal Und die Giftwindkrieger Die sind Die haben wenig Reich Ja genau So Die Helden müssen gegen seine Helden gehen Die Chiselles böllern auf seine Helden Und die Ratten Die machen halt Ratten Zeugs So Irgendwie so ein bisschen verteilen Und gut Dann stelle ich mich hier so auf Ich glaube hier ist wirklich Wirklich gut Na So Die da hin Die da hin Die da hin Die da so hin Irgendwie habe ich jetzt die Chiselles mitgenommen So ihr könnt ja schon mal schießen Dann holen wir uns den dazu Und die gehen ganz außen hin So Genau Der König wird schon mal abgeböllert Okay Da kommen Reiter rein Ist jetzt aber nicht so tragisch Tatsächlich Weil Aha Aha Hat er doch keinen Bock Doch hat er was Okay Dann buffen So die Reiter müssen weg Gut So Die Reiter werden hier angegriffen Hier geht es da rein Die Mörser Die können da eigentlich gut drauf schießen Aber das passt schon So Ihr solltet da drauf Ihr solltet da drauf Ihr könnt da drauf schießen Eigentlich könntet ihr auf die da schießen Ah ja Aha Okay Die Chiselles Können auf die da schießen Okay Äh Plankland solltet ihr natürlich nicht mehr Möchtet ihr da drauf schießen Das wäre super Das ist gut wenn die da drauf gehen können Okay Ihr könnt da angreifen Ähm Ne 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 Ihr müsst Nein ne ne Ihr müsst da angreifen Ihr müsst da angreifen Ihr müsst da angreifen Der muss nämlich weg Der ist gefährlich Weil der nervt grad ziemlich heftig Die Giffen und Mörser müssen da bitte angreifen Du bist da bitte drauf Ich würd die weiter hier gern töten So Schafft's ja das Das sieht doch gut aus Geht Gut Du gehst da hin Was haben wir hier noch Töten Gift und Mörser Bitte in Deckung gehen Die greift da an Das sieht eigentlich gut aus Das sieht auch soweit gut aus So Poison Remporters Genau Die sind halt wichtig Die brauchen Die müssen dann nämlich drauf schießen Ja Ja Können da angreifen So Das hier sollte ich eigentlich irgendwo gewinnen Das ist die immer noch ab und ist doof Da ist das gestorben Das ist sehr gut Okay Okay So Die Gisels greifen da schön an Das sieht gut aus Der muss sich zurückziehen Okay Noch einer gestorben Sehr schön Ich hab denn das hier Euch ein bisschen zurückzieht Du kannst ja da angreifen Das passt Doof ist halt Das meine Helden gerade fliehen Das ist echt nicht gut Ich hab so ein kleines Problem mit Wo ist der Okay Mit Beliebtheit sag ich mal Kann grad nicht denken Ihr müsst da auf Abstand gehen Das ist ganz wichtig So Ne 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 Macht's die Krieger kaputt Macht's doch bitte die Krieger kaputt So Wieso ist der jetzt erschöpft und haut ab Was ist denn das hier noch Hallo Tötet doch den Schei Lol Leute Ne 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 Das ist ganz schlecht Okay Zugriff 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 Jetzt schnell Zugriff Jetzt sind alle Könige tot Der hat Urshabti gebaut Scheidengleister Das tut weh Urshabti ist ganz gefährlich Weil Urshabti machen Damage Haben hohe Rüstung Und gute Beliebtheit Ist echt schlecht Als Führerschaft Oh please Don't 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 Ah das schaut schlecht aus So alles ab Hau Frick Ich will das nicht verlieren Nein Warum haut jetzt alles ab Leute Get your shit together Kommt schon Hört aufzufliehen Bitte Sammelt euch Sammelt euch Sammelt euch Sammelt euch Sammelt euch Aber wir sind so low Kommt schon Ich kann auch nichts mit Sammeln rufen Oh na Ne das sieht schlecht aus Schade 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 Na gut War ein Versuch War ein Versuch Ich habe auch keine Ratten mehr zum rufen Bedauernswert Na gut Damit ist diese Schlacht verloren Okay Ich hoffe ich werde nicht ganz vernichtet Sondern nur zum Rückzug gezwungen Muss wieder ein paar Runden aussetzen Krass hätte ich nicht gedacht Dass ich das verliere Stand vielleicht doch zu weit auseinander Der eine Ich glaube es war Dass ich die Helden nicht getötet habe Sondern bloß so Zum Halbrückzug gezogen Das ist nicht gut Da hätte ich die Chisails So lange drauf feuern lassen sollen Bis die Helden Tot Tot sind Das ist ja wichtig gewesen Und dann auch auf die Reiter gehen Und naja Ist halt nur eine Unterstützungsarmee Die kann manchmal gewinnen Kann aber auch krass verlieren So Schade 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 Drei Stück Klinge verloren Ja Okay Interessant Sehr interessant Na gut Na gut So ist es eben Was will man machen Alles doof Alles ganz doof Gut So Das bin weg Tschüss Oh Oh man So Dann wollen wir mal Das kann ich gerade nicht Lauerer entdeckt Srui Verstümmler Okay Das ist ja weit weg von mir Ist ja egal Ah Das ist gut Die Stadt ist Was wert Da gibt es wieder Geld Und Nahrung Ja Passt 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 Okay Gefährlich Das ist eine Feldschlacht Das haben wir schon geplündert Dann gehen wir jetzt Okay Okay der muss ich erstmal zurückziehen Das ist irgendwie Können wir da was machen Ich meine das hier ist nicht gefährlich Wisst ihr Das ist Nicht mehr gefährlich Weil der hat da Ja er hat noch Helden Aber kaum Armeen Kann ich die nicht weghauen Aber ich hab kaum noch Movement Selbst wenn ich das so mach Tötet mich der dann Das ist nicht so gut Dann machen wir das lieber So rum 5% Das ist okay Und dann plündern Und dann auf Abstand gehen Okay Na gut Passt soweit Und der da Der hat gar nichts Wow Wie wär's denn der mal ein bisschen Stuff bekommt Okay Müsste jetzt weit genug weg sein Ja Sollte passen Sollte passen So Der Geht hier so rum Kommt der da hin Jetzt nicht mehr Na Vielleicht grad so eben noch Okay der haut ab Na gut Na gut Okay der haut auch ab Da ist noch Tick-Tack-Tow Etc Uh was ist das denn Doom Barke Aha Magischer Streitwagen Auch interessant Okay hab ich noch nie gesehen Magische Angriffe Geschosszeugs Sieg völlig aus Ihhh Widerlich Der stinkt da alles voll Aber relaxabt So Ähm Das können wir natürlich töten Äh Weiß nicht Geschwindigkeit Angriffe Nehmen wir mal mit Ist auch kein schlechter Bonus Ist auch kein schlechter Bonus Dann Keine Ahnung was das ist Können wir das töten Danke Nochmal Nahrung Okay gut Äh Das können wir töten Slice and Gouch Ja Nahrung 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 Die brauchen wir halt einfach So Und wenn die da plündern Leider plündere ich da unten jetzt sehr schlecht Aber ist egal So Und der Plündert sich da mit dazu Und gut ist So Zwei Plünderer Armeen Nebeneinander Camry nehmen wir nächste Stunde auseinander Das ist gut Dann Können wir ja jetzt hier ein bisschen was Fologisieren Das ist sehr schön Wir können es ein bisschen ausbauen So Hier können wir jetzt langsam Geld machen Das ist gut Perfekt Der braucht noch ein bisschen Aber da rennen wir auch bald durch Und dann passt das So ich glaube den Spaltenruf habe ich hier dann immer noch gemacht Aber erst mal Das hier Fertig machen Gut Also das passt Der kann Dahin Er könnte plündern Er könnte plündern Das Ding ist halt Der baut hier eine echt krasse Armee Ja obwohl Also die Dinger sind komplett Ja gut die Gyrocopter Gegen Infanterie ist egal Gobbowerfer Äh Wie kann Die sind eigentlich ziemlich egal Die fünf Dinger Hat der So die Armbruchschützen sind auch kein Problem Die hingegen haben Gegen Große Die sind ein Problem Gegen Infanterie Ja die sind nicht mehr so schlimm Sprengladungen Eigentlich auch Unproblematisch Langbärte Boah Verteidiger Alter Grummler Okay Äh Er hat Er hat Keine Riesenslayer Deswegen ist es glaube ich Nicht so schlimm Wenn er hier angreift Er bildet zwar noch ein Ding aus Aber Ich glaube das kann er nicht toten Nee Also eigentlich nicht Ich glaube das müsste schon gehen So der Muss laufen Der muss ganz weit laufen Lauf weit Versuch von den Zwergen wegzukommen Schauen wir mal Ich muss meine Heilige Wäu Mal gucken Ja Nahrung Ich brauche mehr Nahrung Ich müsste eigentlich Eigentlich wäre es wichtig Dass ich so ein Nahrungsüberschuss Durch Unterstädte Und davon 20 30 oder so Pro Runde hat Das wäre schon Das wäre schon echt richtig Ich will kein Bündnis mit dir eingehen Und ich will auch bestimmt Nicht dafür zahlen Auf einmal habe ich 1600 Geld Wo kommt das her Hm Komisch So Rikeland Karasakarak Was machst du? Wirst du Wirst du mir entgegen gehen? Wow Okay Also Ich sehe nicht Wie ich das verliere Ich sehe es nicht Aber Wir werden es Sehen Also Okay Ausprobieren Keine Ahnung Ich meine Er ist Wenn ich Wenn ich es klug machen kann Wenn ich es richtig klug machen kann Das muss ich jetzt mal Hm Also was du Was du machen möchtest Normalerweise ist Deine Single Entity Units In einem Blob Behalten Damit sie nicht Umzingelt werden können Und nicht Von allen Seiten Damage fressen Im Rücken und in der Flanke Und so Auch für die Führerschaft Das ist wichtig Das heißt Es ist klug Mit den ganzen Einheiten Ein Bataillon nach dem anderen Zu vernichten Jetzt muss ich mir genau überlegen Wo ich mich aufstelle Und was ich mache Ich sehe ihn leider nicht Aber schaut's mal Ich kann ihm nah Nah ins Gesicht springen Das wäre natürlich gigantisch gut Wisst ihr Das heißt Ich kann ihm schön ins Gesicht springen Okay Hier haben wir noch Stuff Hier haben wir noch Stuff Und hier haben wir noch Stuff So wir haben ja Den hier So Die können da stehen bleiben Okay Weil meine Idee ist jetzt Am Anfang das hier zu casten Wirkt sich selbst Boden Verbündeter Reichweite Ziel So Das heißt Wir sind erstmal versteckt Und können uns dann nähern Und Stuff kaputt machen Das ist jetzt mein Plan So Die bleiben hinten Das sind meine Bösewichte Das ist der Held Und das sind meine anderen Held Ne So Kastest du das? So Gut Und die können jetzt hier drauf angreifen Hier können wir nerven Und die laufen jetzt halt einfach hier drauf Ne Der ist aber sehr schnell unterwegs Aber ist okay Können wir erstmal hier alles kaputt machen So Ansturm noch Genau So Und ihr feuert halt auf das Was ihr feuern könnt So Die buffen Irgendwas rufen So Der kriegt viel Schaden Dann muss er raus Ich weiß nicht warum er viel Schaden bekommt Aber es ist so So Genau Irgendwann jetzt da an Du kannst dich ja selber verbessern Genau So Ist halt ein riesen Riesenschwachsinn hier So Die alle aufhalten So Was kann der zaubern? Nix gerade Nix praktisches So Die kann man kaputt machen Der kann abhauen Die können abhauen Und dann da drauf gehen Der kann hier kämpfen So Die Ratten Die stören halt hier Das ist schon ganz gut Hier greift es da an Oder da Ist auch nicht Voll egal So Der kann Morsche Knochen zaubern Der könnte aber auch einfach mal näher rangehen Und die Gegner ein bisschen debuffen Der haut ab Das ist jetzt ganz beschissen Es ist halt ein Versuch Ich hab halt mit So Was wird hier Warum? Gehst du mal rein? So Ihr feuert Der macht hier Schaden So Eigentlich würde ich hier gerne So Das muss wieder gestört werden Eigentlich würde ich hier gerne Morsche Knochen casten Geht gerade schlecht Der hat jetzt auch Angst Warum auch immer Ja Ihr solltet da eigentlich richtig angreifen Den kann man ignorieren Das ist egal Das ist ein Hero Den kriegen wir nicht kaputt So Wird gut wenn du da drauf gehst Ihr könnt da drauf gehen Und ihr könnt ja wieder Auf irgendwas schießen Doof ist halt wenn alle Helden abhauen Wenn alle Helden abhauen Ist das echt bescheiden So sollte das nicht sein Ja Ja Die haben alle Schiss irgendwie Ich weiß noch nicht warum So Einmal den Buffen Der hat irgendwie Schiss Die Ratten Ober Wer greift denn alles nichts an Also ihr müsst schon so ein bisschen kämpfen Leute Wenn ihr nicht kämpft Dann wird das nichts Dann wird das nichts Okay Er hat halt so viel Bums Das wollte ich schon lange mal casten So Der kann leider gar nichts mehr rufen Der kann sich wieder herstellen Das kann er noch machen Er ist wieder dabei Okay Dann geht's da mal drauf Die Poison Wind Mortars Die schießen hier auch Nicht so toll Das Gefühl Äh Du hattest eigentlich Die drei gehören So Die Ratten können wir hier noch absnacken Da können wir noch drauf Wir müssen halt wirklich alles nerven Was zu nerven ist Ist wichtig Genau Irgendwas ist gestorben Schade Oder geflohen Oder was auch immer Sieht schlecht aus Ist aber in Ordnung Weil es Ein Versuch Wenn es nicht kloppt Wenn die Armee wirklich so schwach ist Wie sie ist Dann ist es halt so schwach Ja die scheinen jetzt alle Schiss zu kriegen Bedauerlich Also die Armee ist Nicht so geil Dabei dachte ich Das kann was Aber anscheinend nicht Jetzt kommen ja irgendwann noch mal Ratten dazu Aber die werden nicht viel bringen Genau Ihr müsst da weiter angreifen Aha Ja die Büro Dünselt die Nerven Ist aber okay Möchtet ihr vielleicht hier Ich bin sehr auf die Auswertung In dieses Kampfes gespannt Ich bin sehr gespannt Der ist wieder zurück Okay Gut Ist halt die Frage Ob wir Das hier hinbekommen Sieht aktuell nämlich nicht so aus So Hier kann ich nicht viel machen Weil ich verfolgt wäre Aber die Ratten können da drauf gehen Hier kriege ich jetzt einen Ansturm Gerade noch rechtzeitig Okay Hier und ab So hier geht es weiter Es sieht schon so aus Als könnte man das irgendwie schaffen Aber Naja Knifflig Sehr gut So Ihr müsst laufen Ihr kommt da leider gerade nicht sehr weit Da haben die Ratten wieder Schiss Das ist auch sehr nervig Das hat mich verhindert Aber jetzt hauen sie auf einmal doch ab Okay Gyroprop dagegen Die kann ich nicht viel machen Oh man Oh man Oh man Leute Da können wir doch angreifen Okay Hier werde ich in die Zange genommen Das gefällt mir gar nicht Aber na gut Ja den Helden sollte ich eigentlich ignorieren Das ist nicht so geil Okay Da flieht wieder irgendwas Einmal darf ich noch Ratten rufen Das wird aber wahrscheinlich nicht leisten Würde mich sehr Sagen wir so Was auch immer das für Einheiten So Ah jetzt kommen die Arme Glaspanities für mich durch Schade Warum auch immer Aber So ist es nun mal Vielleicht kann ich es nur mit drehen Aber wahrscheinlich ja nicht Komm raus Und Instant Anilas Penalty Na gut Jetzt habe ich halt die Viecher noch Die werden jetzt aber kaum rausreißen können Die werden fliehen und sterben Und das war's Ja Na gut Auch interessant Dann weiß ich das auch Also mein Plan Funktioniert nicht Na ich habe diesen Plan Dass ich mir denke Hey Die hält sich jetzt auch häufig viel Na ich habe diesen Plan Mit So Aber Ne Und da waren nicht mal Riesenslayer dabei Also die haben gar kein Damage gemacht Die auch überhaupt nicht Die waren gut Die waren useless Sehr interessant Keine Ahnung was alles falsch gelaufen ist Aber irgendwie hat das gar nicht gepasst So Überhaupt nicht Klar Du solltest Ja auch nicht in einem direkten Das ist nicht Skaven Skaven ist nicht in einem direkten Kampf Na Ja da ist alles gestorben Na gut Okay Alles Alles gestorben Das heißt Das muss ich Die muss ich alle neu aufbauen Aber ist okay Ist okay So ist es halt Das heißt Ich muss zurück Drei Runden warten Ich brauche die Kohle Um das wieder aufzubauen Die ich gerade nicht habe Na gut Ist okay Ist halt Wie es ist Ich glaube nicht Dass die Armee schlecht ist Ich glaube nur Dass ich falsch spiele Vielleicht Wenn ich mehr mit Hinterhalt spiele Das könnte sein Ansonsten Ja schwierig Schwierig Also Die haben halt doch viel Schaden genommen Na muss man ehrlich sagen Ja Doch die haben viel Viel Damage genommen Das heißt Puh Tough Sehr tough Sehr sehr tough Da muss ich mir mal überlegen Wie ich das mache Weil den direkten Kampf Geht nicht Direkter Kampf Ist nicht so schön Undirekter Kampf Also Hinterhalt Ist schon besser Aha Der Blitz schlagt Queeks Armee Also bei aller Liebe Aber irgendwo Muss ich doch auch mal sagen Nein Also das kann der nicht schaffen Ja ich hätte das Banner ausrüsten sollen Egal Also bei aller Liebe Nein Okay das ist nicht Queeks Armee Das ist eine Ja aber nein Also Nee Einfach nur nee Ich werde mit den Rädern Versuchen ihn so lange zu stallen wie möglich Während die Dressails und die Kanonen alles kaputt böllern Was ich nicht machen werde ist Alles auf ein Ziel setzen Das halte ich für einen Fehler Aber ich stelle mich jetzt zum Beispiel hier so auf So So ungefähr Die Hälten können irgendwo dazu Und die Räder stehen halt vorne So Das heißt die Räder machen es da Okay Da haben wir noch die beiden Auch noch dazu So Ja alles mal ein bisschen Richtung nach vorne Ich würde euch auch gerne von hinten ein bisschen nerven Ja ja da muss ich drauf lassen Egal So 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 Ich mach das jetzt erstmal so Die hauen ab Weil Weiß nicht warum Okay So halt Bin ich schneller als die Räder? Nein Okay Dann muss ich da aufpassen Die sind jetzt echt einfach abgehauen Krass man Das ist scheiße Na gut So Es wird schon mal gebellert Die Hälten können auch mit nach vorne So Wollt ihr mich doch ein bisschen Besser schießen So Das ihr lauft Ist natürlich beschissen Das ihr lauft Ist natürlich beschissen So Ne Schießt halt auf die Räder Passt schon Ihr lauft halt Whatever Ihr lauft halt Whatever Da Das müsst ihr schießen Das ist wichtig So Dann machen die Giselles jetzt irgendwas nützliches Ich sehe es nicht Ich sehe nichts nützliches an diesen Giselles Was sehr bedauerlich ist Die sterben Auch interessant Wieso wirst du im Nahkampf Nicht in den Nahkampf gehen Please don't Du kannst nicht schießen Ja du bist schon wieder im Nahkampf Weg Nahkampf ist schlecht für euch So Wo ist sein König Sehe ich nicht Okay Cool Da hinten Also Den bitte Den bitte angreifen Den bitte angreifen Den bitte töten Okay Äh Was hat hier nichts zu tun Die können doch nur da drauf Ihr könnt da lang Ihr könnt da lang Der König muss sterben Die geschlacht Okay Bisher sieht's okay aus Würde ich sagen Aber das kann sich ja immer ändern Ihr wisst es Eben man sich versieht Alles am Arsch So Wann kommen die Ushabti Haben wir mal lange dauern Die Chasales sind wieder da Also Die Ushabti-Großbögen Die können auch ein bisschen stören Aufzulaufen Bitte Was ist das für einer Gut Sein Hauptmann stirbt bald Das müsste gut für mich sein Na komm Jetzt drauf So Der ist tot Jetzt habt ihr freie Schusswahl Ihr dürft jetzt freischießen Worauf ihr Lust habt Wer ist denn da drauf schießt Weil richtig viel Splashes Na das wär doch was Ihr tötet irgendwie das da Ja genau So dann mal von hinten drauf Müsste ich gewonnen haben oder Sieht doch so aus Ja jetzt bricht er Okay Ist ganz schön Luftwache noch weg Machen Er hat noch Ushabti gerufen Nicht so geil Müssten wir aber auch noch wegkriegen So Alles überlebt Ich hoffe mal ja Rest muss man dann sehen So Jetzt einen Moment bitte Weil ich glaube ich muss meine Füße mal eincremen Obwohl Oh boy Okay Da ist gerade nicht viel zu sehen Es juckt nur wie Hölle Alter Okay Okay Mhm Mhm Gut 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 Also heute ist ein ganz Ganz schlimmer Tag Was die Quabbeln angeht Heute ist tatsächlich echt schlimm Das ist ja wirklich ätzend Wow Na gut Okay wir haben überlebt Sehr schön 6% ist gut Das Gold ist auch gut Aber ich glaube ich nehme lieber die 6% aktuell So Das haben wir also verteidigt Sehr schön Das ist wichtig Ne Das ist ziemlich ziemlich wichtig Gut Gut Dann Er macht's da Ich bin hier ziemlich kaputt Ähm Wo kann ich denn hin Äh ich muss nach Hause Ich muss komplett Nach Hause Ja Genau Na gut Ist O unterstatt fertig Hohe Lothal Das ist gut Hohe Lothal ist nämlich Nice Schön Sehr sehr schön Plündern Okay Das können wir machen Auch interessant Schock Halsband Stopp Rondale Okay Ähm Das ist gut Das ist sogar sehr gut So was haben wir noch Äh Das da So Ich kann das ja jetzt Stück für Stück weg Blitz schlagen Ne Das sollte ja jetzt hier echt kein Problem sein Blitzschlag Tschüss Ich nehme die Nahrung Ich nehme die Nahrung Ich brauche die Nahrung Aktuell habe ich Nahrungsprobleme Also nehmen wir die Nahrung So Blitzschlag Tschüss Nahrung Zack Blitzschlag Nahrung So das gibt auch gute Erfahrungen wieder Oder Oh Verlustverstärkungsrate Das ist natürlich sehr gut Kriegt der das Ja Und sowas von Schreiber ist gut Forschung ist gut Zwerge bekämpft er gerade nicht Heldenkapazität Ja gut Kannst du lassen Okay Dann ist die Frage Die Armee will ich gerne weg haben Das ist noch was wäre 2000 wäre schon gut Aber ich will erst diese Armee da weg haben Das heißt wir gehen in Plünderstellung Stellen uns dorthin Normale Stellung Greifen an Zerbumsen die Armee hier Entscheidender Sieg Da ist was gestorben Ein paar Clanratten Ja das ist natürlich doof Aber okay Gut Ähm Da ist ja einiges gestorben Okay Ähm Clanratten und Speerratten Ja gut Er kann nicht mehr plündern Auch interessant Gut dann plündert er Okay Habe ich nicht aufgepasst Ja es sind Ratten gewesen Das ist in Ordnung Das ist nicht gut Aber es ist okay Ein paar Clanratten hier und da zu verlieren Whatever Das ist gut Das ist gut Das ist gut Das ist gut Bewegungsreichweite Jo Gut Mach mal von allem etwas Okay Nächste Runde muss der ausbilden Der bleibt stehen Quique Quique ist auch noch interessant Weil Soll ich vielleicht jetzt hier runter Ne 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 Wir machen das schön Stück für Stück Das ist das Unterstützungspack Das geht hier hin Plündert jetzt mal noch nicht So das ist Quique Quique geht angreifen Ahja Das war nutzlos Das war wirklich nutzlos Hat der da irgendwas nützliches Was man noch töten kann Eigentlich nicht Einfach nach Kenry rein So Zeig mir mal Ob ich das manuell machen muss Sieht nicht so aus Gut Und dann Quique rich Sehr rich Quique ist richtig rich jetzt So Und die können immer noch Rump lündern Das gibt richtig Kohle So Ich muss nur gucken Dass ich Ein bisschen von der Stadt wegkomme Genau Ähm Oh das ist ein Zvere Dann ziehen wir uns doch noch ein bisschen In die Richtung zurück Nur um sicher zu sein Weil ich bin hier sehr verletzt Da muss ich unbedingt mal was mitmachen Das wird auf Dauer so nicht gehen Aber gut Ähm 16 Runden Naja Eher nicht Gut Der braucht auch noch 5 Runden Na gut Spukwald Wir können mehr Nahrung machen Mäuerchen ausbauen Das ist sehr wichtig Ansonsten Können wir langsam Wieder los Marschieren Hier halt noch nicht Was ich machen könnte Ich kann ja ausbilden Schaut's mal Das wäre eigentlich besser Wenn ich die Wie viel darf ich hier ausbilden? 5 Stück Zamm für Zwei Drei Vier So Das heißt Eins Zwei Drei Ähm Eins Zwei Drei Noch so Speer Schild Vier Genau So und einen fünften Darf ich auch noch Dann führen wir die zusammen Für eine Clanratte Fünf Weil dann sind wir schon mal ein bisschen schneller dabei Und Na gut Die brauchen halt Ist aber okay Ähm Will ich hier plündern gehen? Eigentlich hätte ich schon Lust dazu Aber hier ist grad nichts Das macht richtig Geld hier Krass man Gut wir können nochmal plündern Plündern gibt Geld Geld ist gut Bauen wir alles aus So Wo kann ich noch was ausbauen? Hier Oder will ich in Buckelberg lieber das ausbauen? Dann machen wir lieber hier die Nahrung hoch Buckelberg Ja Ist halt wieder 20 mehr zu entdecken Geht aber Hier bauen wir nix Hier Oh ja Nahrung Und Geld machen wir noch Das passt Okay So Das machen wir jetzt voll Dann kriegt man bald das hier Das ist nicht schlecht Ah Geschoss Infanterie Weniger Schaden Verhüllung Irgendwas Na gut Okay Okay Ist halt auch die Frage Ob ich ihm auch ne Second Armee Dazu gebe Ich glaube aber Ich muss das bei dem einfach anders spielen Er ist ja nicht schlecht Er ist nur Schwierig Sehr sehr schwierig Das ist irgendwie schwierig So das läuft Das läuft sehr schön Gut gut Na ja Na ja Na ja Ganz viel Neuer Okay Tja Na denn so reichland macht nix kennt man ja gut er steht da rum so ist doch schon mal nicht so schlecht was ist jetzt hier wieder? ok da wird geplündert, da wird das gemacht was haben wir hier? Khemri, Gegenstand der Macht ne Standarte, ne da nimmt man das Geld Raketenstiefel Feindesjäger, Abkühlzeit, verursacht Angst kostet Geld ja, komm gibt Rüstung und Abwehr und so ist ein interessanter Gegenstand kann er ihn benutzen? könnte er er hat den Helm der Zwietracht, der ist besser aber vielleicht gibt es ja irgendwo einen ja der nicht chromatische Rüstung auch sexy verzauberter Schild, ja solchen Priester nö ok, war da gut ähm der plündert hier gut aber eine feindliche Zwergenarmee ist da aber die kommt nicht so weit ok dann ist das erstmal unproblematisch der ah ja aha aha hier spinnt schon wieder alles gut das muss warten der hier der muss laufen 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 und braucht wieder diese Viecher 0 von 6 kein Geld bedauerlich na gut so wie machen wir weiter ich könnte Tiktak Thor angreifen der alle warte 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 move March move March ja ok die Armee ist nicht so riskant glaube ich du brauchst Ratten du brauchst vor allem zwei kein Geld ok ok da kann ich angreifen das ist nichts mehr wert das ist ein bisschen was wert dann würde ich gerne da runter gehen obwohl warte mal hier kriege ich gut plündert stuff ja warte mal warte mal warte mal wenn ich hier rüber gehe oh da geht viel Geld verloren und allein will ich die eigentlich auch nicht lassen ja nö dann plündern wir weiter hier ist gerade gut Geld zu holen dann bleibe ich hier in Plünderlagerstellung das Pass der braucht halt ein paar Runden so das ist meine Hauptarmee das sind nur Skinks das ist jetzt nicht so schlimm das schafft der das muss der schaffen das muss der schaffen das muss der schaffen ja perfekt so ich müsste Geld geben Geld 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 gibt erstmal schön Nahrung so und Geld ja na also so plündern kann ich nicht dann versuchst du wenigstens aus der aus dem Verschleiß rauszukommen die ihr wartet halt hier ja ähm ich kann mit denen zumindest hier entlang gehen mal ein bisschen scouten aha wie weit kommen die ok oh ja die kommen weit ok die kommen weit ok Borok ist mächtig hat eine gute Armee ist aber bezwingbar oh der hat aktuell den Ritos des urtümlichen Schlapp mich tot ist gefährlich weil er dann Echsen beschweren kann da muss ich aufpassen der macht noch das ok soll ich die na na ne 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 das passt schon der plündert noch gibt nämlich grad auch gut Geld der kommt ja nicht an mich ran ne ich könnte aber trotzdem noch ein Stück nach hinten gehen einfach nur um safe zu sein so der braucht der bildet noch aus so gut damit der wieder full ist ich habe jetzt ich habe jetzt eine Menge Geld aber das kommt alles vom plündern weil im plündermodus 10% spare ich pro Armee die plündert das ist eine Menge Kohle wir mal gucken so das sind hier wären das 750 hier sind es knapp 700 hier sind 700 oder sogar mehr ne ne wenn wir jetzt hier schauen das geht von 6,8 auf 7,5 ja ja genau ja also 7,5 pro plündernde Armee und davon habe ich grad 4,5 Stück ist also eine Menge Geld das weg geht sollte ich jetzt so also nicht nicht machen dass ich hier nochmal ne zweite ich hätte gerne ne zweite Armee für ihn ich weiß nur nicht wie die aussehen sollte ähm weil klar man kann da schon was machen ich könnte ihm schon zwei Gersails geben und ein paar Rettling Kanonen oder so oder oder einfach so ne so ne massive Flammenwerferarmee das wär auch mal interessant einfach so ne Armee die nur vor allem gegen Zwerge das ist ja eh low range die nur aus Flammenwerfern und und irgendeinem anderen Bums besteht das wär auch interessant naja Rotten Ogre sind jetzt nicht so super wär interessant weil die Flammenwerfer sind schon cool aber teuer stellt euch mal vor 10 Stück sind 3000 20 Stück sind 6000 und das kann ich mir aktuell nicht leisten ne das geht nicht naja ich werd mit Scrods schon irgendwann zurecht kommen ich muss es halt einfach nur ein bisschen anders spielen so das dauert noch der läuft der Rest ist gemacht ok gut weiter gehts der wurde jetzt nicht getötet sehr schön ich hoffe halt dass ich da oben noch irgendwie rankomme das wär schon wichtig dass ich da dann einfach meine Ruhe hab und das heißt meine Ruhe hab dass ich halt hier oben viele viele Unterstädte noch bauen kann da hätte ich schon Bock zu so wird das jetzt hier langsam besser so langsam dafür sind meine Füße jetzt grad richtig am abjucken oh 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 ok die Armee werd ich crushen wenn ich kann weil das gibt wieder ne Menge Geld Geld ist gut und dann muss ich mal gucken dass ich die Zwerge da drüben vernichte ja ja da muss ich mal schauen Griswold Schwarzbad Attentat wow ja cool ok da muss ich mich zurückziehen und warten er hat jetzt nämlich jemanden verwundet erfolgreich das tut sehr weh das gefällt mir gar nicht das heißt ja der ist tot das ist nicht gut also der ist halt verwundet ja kann ja nicht sterben aber der fällt halt jetzt für sieben bis zehn Runden oder so aus extrem ungeil weil es halt auch die Armee sehr schwächt die Armee braucht den Hexer um Ratten zu holen für Frontline das habe ich jetzt nicht mehr nervige Zwerge sehr sehr nervige Zwerge natürlich könnte man weiter plündern und so aber alter das sind so viele so viele Helden so Clan Eschen ja den hätte ich gern aber geht grad nicht ist grad nicht so gut so da müssen wir noch ein bisschen weiter ich will ja da hoch da will ich hoch so du solltest eigentlich ausbilden das habe ich vergessen dass der das grad nicht so gut kann und zwar brauchst du so einen noch und ich glaub so einen noch genau der steht hier dran ähm der könnte eigentlich flindern warum er das nicht macht ist nur ein Rätsel okay äh äh no first week ja genau okay das heißt wir gehen jetzt ich weiß es noch gar nicht äh dieser Skaven Warlord du hast Waffenteams und Belagerungsartillerie gibt es jetzt das hier so er hat Dingschredder er hat Dingschredder Warplitzkanonen und Gessails Dingschredder Dingschredder solchen Katapult Warplitzkanonen Dingschredder ok das macht Sinn und ansonsten Waffenteams ne oder Sturmratten dass ich die Gessails nicht so krass booste Sturmratten ja ähm Sturmratten hier ja Sturmratten machen wir die Sturmratten weil klar die Munition ist gut auch die Reduktion der Nacht ja ne aber das vielleicht mache ich auch alle drei muss man mal gucken so ähm jetzt ist die Frage komm ich da ran ja ok ok hey we had to do is is coming so a magic stick Itza den Krieg erklären ja auf jeden Fall Etain bin ich eh schon im Krieg ist so egal weg damit so sie haben den Hinterhalt nicht entdeckt das ist sehr gut dann können wir jetzt hier drauf gehen so das spiele ich jetzt weil ähm der hat dann eine Menge Fliegeinheiten eine Menge gefährliche Einheiten das muss ich im Blick behalten ich will das anständig machen äh ja ist eine sehr gute Karte weil wir haben eine Menge High Ground das heißt da kann der Gegner der ist da halt einfach richtig gebumst ne in der Sache da geht nichts wahrscheinlich kann ich einfach nur Katapulte Spam Schnellfeuer und das war's aber naja mach schon so Aufstellung starten genau ich muss natürlich ein bisschen aufpassen weil er Echsen rufen kann ne das schon aber ja so 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 dann haben wir jetzt hier drin die da in den Katapulten und die hier drin nix plänklart bitte und die Waffenteams keine Ahnung hier so sollte passen so die können schießen das passt ihr könnt ja das da töten ah der hat sie hier erzeugt ja dann ist er dumm ok easy so das passt schon wo ist das vierte Katapult gut ihr bekommt wieder euer wieder freifeuern das tun die schon ja das ist gg da ist gg da gewinnt er gar nix ne ne schau mal ob sie ein bisschen blobben können die Leute guckts mal hier trololololololol lustig ist gorop würde ich natürlich gerne töten oder den uralten Salamander aber naja ja ne der ist da ziemlich lost würde ich mal behaupten so da kommt noch mehr geböller und noch mehr Geböller. Ja, ja. So. Bisschen näher ran noch. Aber dann passt das schon. So, einmal bitte blobben. So. Jetzt sehen wir nochmal richtig schön rein, was da so ist. Er castet irgendwelche Blitze. Ist auch egal. Ja. Der Kroatl, der muss halt sterben. Deswegen ist er so getarnt. Ich finde es interessant, wie er mit dem Kroatl das hin und her macht. Dieses Kiten, nicht Kiten, aber dieses, dieses. So, jetzt sehen wir alles. Ab jetzt ist es vorbei. Jetzt kann ich auf alles feuern, was es gibt. Er hat jetzt kaum noch Deckung. Ja. Chameleon Skings. Das ist alles weg. Gorok lebt noch komplett. Den habe ich nicht getötet. Schade. Aber das sind die Army Lost Penalties und der ist weg. Das war ein Easy Sieg. Wir haben gar nichts verloren, aber Geld müsste es bringen. Richtig schön Kohle. Hoffe ich zumindest. Sollte. Jetzt schauen wir mal, was das alles macht. Muss man mal sehen. Muss man einfach mal sehen. Genau. Sind das überhaupt vollzeichnend? Aha. Gut. So, was gibt es? Nahrung, Geld. Und noch ein bisschen mehr Geld. Oder? Ja. Sehr schön. Gut, gut. Gorok besiegt. Unterhalt für alle Einheiten. Minus 5%. Warte mal. Ansturmabwähnexperte. Aber nicht für alle Einheiten, oder? Ne, nur er. Okay. Gut. Ich kann ihn natürlich nochmal angreifen. Und ihr wisst es, ich werde das tun. Nachdem ich hier nochmal reingeschlunzt habe, weil irgendwie muss ich das tun. Wow. Das war jetzt gefährlich. Okay. Ungeil. Okay. Ich muss mal so normal drauf gehen. Hinterhalt nicht entdeckt. Gut. Da muss ich jetzt wieder Gefecht selber führen. Einer hat so viel Schaden genommen. Aua. Ja gut. Ich stand da halt doof in der Stadt drin. Ist aber in Ordnung. Ich glaube, ich kann dieses Mal Gorok snipen. Zumindest ist das mein Plan. Der muss halt irgendwie überleben. Der, wie auch immer er heißt. Scar. Schöner Name. So. So. Geht bei Gorok an. Die locken wir da hin. Der Rest ist vollkommen egal. Die müssten komplett wegsterben. Die Salamander. Ja, die kommen da nicht weit. Die kommen da nicht sehr weit. Nee, nee. So, wo ist jetzt Gorok? Ist nicht zu sehen. Okay. Irgendwo war er da. Da ist er. Da ist er. Kriegt guten Damage. Was schießt er? Okay. So, Gorok töten. Wenn wir es können, natürlich. Aber es müsste. Es müsste gelingen. Sind die unerschütterlich? Nö. Okay. Kommandant in der Nähe. Jetzt ist er tot. Verwundet. Tschüss. Okay. Easy. Sehr easy. Sollte nochmal richtig Geld geben. Und dann müssen wir in Plünderstellungen zurückziehen. Weil Scar, wie auch immer, Tail der heißt. Blood Tail? Blutschwanz. Eklig. Ähm, ja, der braucht, äh, hier. Ne? Boom. Boys. Der braucht einfach Boom Boys. Replenishment. Der muss sich wieder heilen. Gorok vernichtet. Das ist sehr schön. Sollte nochmal... Ah, schaut euch an. Wie ist das im Geldgeld? So. Ich hab nochmal gut Nahrung gemacht. Das ist sehr schön. Also, Plünderstellung. Und der auch. Gut. Die müssen sich jetzt aber dann zurückziehen und mal in Lagerstellung gehen bald. Weil denen geht's nicht mehr so gut. Na? Seht's auch schon. Ja. Gut, das waren die beiden. Dann. Der bekommt endlich seine Unsterblichkeit. Sehr schön. Ähm, wir könnten versuchen, da runter zu gehen. Würde ich jetzt auch machen. Und der... Ja. Der sollte sich zurückziehen. Obwohl wir natürlich auch... ...hier runtergehen könnten. Um das endlich mal einzunehmen. Weil Truppen sehe ich hier gerade keine feindlichen. Das heißt, das kann man einnehmen. Und dann kann man das hier schön aufbauen. Mäuerchen, Mäuerchen. Nahrung. Nahrung. Was bauen wir sonst noch? Das hab ich immer gebaut. Für die Sturmratten. Ist nicht schlecht. Ja. Ja. Weil nochmal so eine Dingens... Brauch ich das? Nochmal öffentlich. Ich hab eine... Eine reicht. Unverdorbenheit. Zwei Clanratten. Zwei Clanratten. Korruption. Wachstum. Boah, Wachstum brauche ich jetzt nicht so dringend. Dann machen wir jetzt hier einfach das. Es gibt auch... Sturmratten. Gute Garnition. So. So, dann bauen wir hier noch ein bisschen. Ähm... Whatever. Obwohl... Ja. Ja. So. Und dann... Wo ist hier mein Held? Irgendwo ist hier ein Held. Da. Ah, der ist schon gelaufen. Gut. Hier könnte ich noch, aber eher nicht. Ähm... Das lasse ich jetzt auch mal. Hier könnte man noch einen Tunnel bauen. Und dann nochmal Nahrung dazu. Das ist gut. 130, 112. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich bin jetzt knapp bei 20+. Das gefällt mir. Gefällt mir sogar recht gut. So. Genau. Nächste Runde gibt es wieder die Intrige der 13. Ihr hier. Der baut noch. Der steht da plündernd rum. Ist jetzt nicht schlecht, aber... Wenn der angreift, dann ist das doof. Okay, der kommt nicht so weit. Äh... Gut, muss mal beobachten. Ich kann da... Ja... Ich kann eigentlich auch rüber gehen. Ja, bleib drüben beim Lager stehen. Ist besser. Moment, warte mal. Du machst das aber schon Geld. Ja, ja. Okay. Okay. Gut, 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 gut. Pass, 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 pass. War Cries. Die sind alle abgelaufen. Dann hätte ich gern wieder welche. Ähm... Na ja. Okay. So ist es, wie es so ist. Na gut. Muss man... Muss man alles mal sehen. Alles nicht so easy. Okay. Gut. Ich werde nach dieser Runde ganz kurz Pause machen. Ich glaube, ich werde mir die Füße noch eincremen. Weil das ist echt ätzend gerade. Nö. Will ich nicht. Wir haben Handel. Das muss reichen. Wir handeln und gut sind. Ist eh die Frage, ob ich den nicht kaputt machen will bald. Mal schauen. Ich meine, wer handelt. Handel ist halt schon... Bringt schon was, ne? Bringt schon was. Seine Exportgüter loszuwerden, ist schon nicht schlecht. Garnition ergreifen. Okay, das ist nicht so wild. Ist doof, aber nicht so wild. Jetzt habe ich schon die Helden-Selbstverteidigung geboostet. Und es reicht trotzdem. Ich muss mich komplett zurückziehen. Ich verliere hier gerade viel zu viel. Es ist mega ätzend. Ich hasse dieses Heldengame. Das ist das Ding, was ich an Warhammer gar nicht mag. Weil Helden sind so teuer. Sie bringen schon was. Aber du kannst dir auf Legendär eigentlich nicht leisten, um irgendwas zu machen. Das ist mega ätzend. Das nervt. So krass. Das macht gar keinen Spaß. Das ist einfach ätzend. Ja. Okay. Na denn. So ist es halt, ne? Gut. Also. Häubchen wurde. Ah ja. Dies bleibt uns treu. Ja, ja. Vielleicht zu treu. Muskeln schmieden. Ähm. Ein Auge nehmen. Gehilfe töten. Besprühen. Besprühen müssen wir uns. Die Intrige der 13. Die ist wichtig. Die brauche ich. So, hier liegt ne Menge Geld. Seht ihr das? Hier liegt ne Menge Geld. Der mag mich zwar, aber der ist einfach nur dumm. Ähm. Ich bin aber low. Ich bin hier low und ich bin hier low. Ich würde jetzt sagen, ich ziehe mich plündernd zurück. Ah. Weil das schaut aktuell einfach nicht so toll aus. Das gefällt mir nämlich gar nicht, bin ich ehrlich. So. Der braucht noch zwei Runden, dann ist er. Dann können die auch zurück. Hier gibt es kein Geld zu holen, aber whatever. Äh. Okay. Da ist halt ein Hero verwundet worden. Das ist sehr nervig. Deswegen benenne ich die auch immer. Damit, wenn sowas passiert, ich keinen Stress dauernd hab. Ja, versuch's da. Komm. Underwalls. Sehr schön. So. Geld. Das Ding kann weg. Immer die Forschung ist nice, aber whatever. Das da. So. Passt. Im Dienst getötet. Ja. Ja, oh gut. Das können wir nicht. Okay. Wir haben gar kein Geld mehr. Auch interessant. Ohne Geld. Könnte ich machen, ist gerade aber nicht so klug. Ich könnte versuchen, die Überreste hier abzugreifen. Ist mit der Support-Armee aber nicht so smart. Und hier ist eine böse Armee. Oh man, oh man, oh man. Okay. Pass auf. Oh man. Ja, Scheibenkleister. Oh man. Oh man, oh man, oh man. Ja gut, er hat nur Bergwerker. Der ist nicht so gefährlich. Bergwerker. Hörterer, der mich schaut. Okay, ähm. Ich würde versuchen, einen Hinterhalt zu stellen. König Ambush. Ja, jedenfalls König. Der kann ja sonst grad nix anders machen. Ja gut, ist halt ne Chance, ne. Ansonsten. Wo kommt der sonst hin? Ja, der wird da runter rennen. Und entweder funktioniert der Hinterhalt. Ich hab ja gesagt. Warte mal. So. Ich hab ja gesagt. Hinterhalt-Chance muss besser sein. Kampagne-Erfolg-Chance. Ja, genau. So. Der braucht noch ne Runde. Der. Ah. Ja, ja, nee, nee, nee. Der steht plündernd da. Genau, genau, genau. Geld hab ich keins. Mehr geht nicht. Okay. Gut. So, weiter geht's. Hoffe ich. Ja. Gekremtes. Gut, passt. So, keine Ahnung. Wo war ich stehen geblieben? Ich war am Beenden, glaube ich. Ich wollte beenden. Ja, ich hab alles gemacht, was ich konnte. Und dann wollte ich beenden. Jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal. Oh Mann. Ich plünder mich selbst. Was? Ich plünder mich selbst? Wirklich? Ha. Hä? Das hab ich doch nicht eingenommen. Okay, keine Ahnung. Nein, will ich nicht. Ich find's halt cool, dass der keine Gefahr mehr ist. Mit dem bin ich nur im Handeln. Das ist super. Der Rest ist halt so. Äh. Äh. So, Räikland. Uninteressant. Aktuell noch. Wichtig wird jetzt das andere Dingens. Karasakarak. So, jetzt bin ich gespannt. Kommen sie ran oder nicht? Und. Er geht selber in Hinterhaltstellung. Das ist eklig. So, er greift die Garnition wieder an. Da hinten ist noch eine Armee, aber ich glaube, die ist leer. Passt. Vivian, LeGuardian. Okay. Ark, Vylon. Neerolder. Hast du nicht mehr Geld? Ja, aber nee, du musst ja keinen Krieg machen. Dann machst du ja auch nicht. Ne, ne. Der hat Camry zerstört. Ärgerlich. Na gut. Na gut. Das tut weh, weil die Unterstadt war... Ja, warte, ich glaube, die wurde eh entdeckt. Weiß nicht mehr. Äh, es ist wie so ist. Das ist halt echt ätzend. Das nervt, ne? Aber klar, wenn das Ding darüber kaputt geht, dann ist... Drunter kannst du halt nichts mehr abzwacken und nichts. Und dann... Ja, warte, warte, warte. Na gut. Also, Karas hat nichts gemacht. Die sind... Irgendwie im Krieg miteinander. Auch interessant. Hat angegriffen und gewonnen, ja. Das wäre halt cool, wenn du sowas siehst, dass du die KI gegen die KI kämpfen sehen könntest. Oder die Option hast. Manchmal würde ich nämlich gerne zugucken, einfach... Wie spielt die KI so? Was macht die da so, ne? So... Das fände ich eigentlich ganz cool. Geht aber halt nicht immer. Der muss los. Bruder muss los. Ähm... Tratsfeigschwanz. Genau. Ja, die wurde zerstört. Das war teuer. Genau. Spektasuma. Oh, das ist schön. Geld. Geld. Ausbauen. Das da. Sehr schön. Gut. Damit ist das Geld wieder weg. So. Der... Der plündert... Warte mal. Das Plündern kostet mir, obwohl das hier... Oh, Lord. Okay, ähm... Du läufst hier hin. Ach, ich hab mich hier auf Plünderst... Ah, das war dumm. Ich wollte ja in die... So. Aber das ist immer noch in Ordnung. Das passt schon. Der kann jetzt hier rankommen und dann hoffentlich... verkappen. Ich hab das selbst... Das war dumm. Das Plündern hat nix eher. Okay, passt. Passt, passt, passt. Whatever, whatever, whatever. Äh... Der braucht noch ne Runde. Der könnte... Aber in Plünderstellung ist es besser. 200 ist nicht so viel wert. Das könnte ich töten. Aber... Ja, warte mal. Äh, sollten... Nee, ich glaub nicht. Erstmal nicht. Erstmal nein. So. Zurückziehen. Zurückziehen. So, wir kommen hierhin. Dann ab... Ähm... Okay, Lava-Stellung geht nicht. Ja, dann plündern wir halt weiter. Ja, gehen wir nach Katar. Ist okay. Whatever. So. Interessant, wie ich jetzt plötzlich gar kein Geld mehr bekommen, ne? Na, ich plünder halt nicht mehr viel. Das ist das, was ich meinte. Das stand mal bei 10.000 durch Plündern. Und wenn ich nicht mehr plündere, krieg ich kaum noch Plusgeld. Na, das ist halt wirklich heftig. Gut. So. Ich mein, ich könnte da noch mal angreifen, aber das ist halt nix wert. Komme ich dann noch wieder zurück? Die würde ich gern weghauen. Ich bin halt so killgeil, wisst ihr? Die Hermes allein. Und er, nee, sie hat einen Seuchenfriester. 16. Gruftschwarm. Uschabdi. Ich kann es nicht lassen. Ich kann es nicht lassen. Ich kann es einfach nicht lassen. Ja, nee, komm, das krieg ich doch weg. Das krieg ich doch weg. Hinterhalt. Easy. Tschüss. Das wäre sehr gut. Ich brauche jetzt aber noch nicht. Nahrung. Nimm mal das Geld. Geld ist gut. Dann wieder in Plündermodus. Geht nicht. Dann laupt ein Salz. Stau, ne? Okay. So, ja, das ist, wie es ist. Da geht. Ah, sehr schön. Das ist noch mal ein bisschen besser. So, Nahrung. 21 plus. Plündern ist egal. Siedlung, Gebäude. Ja, Armee und halt. Hm, Gefangene. Ist ähnlich, aber ist nicht gut. So, das passt, das passt, das passt. Hier wird noch geforscht. Wird das geforscht? Ne. Da geht's weiter. Genau. Steuersatz plus 5% und noch mal mehr Nahrung. Weil Steuern sind lohnenswert. Vor allem hier, 3000. 3,5 ist gut. Hier ist nicht so groß. Hier ist plus minus 0. Das passt. Hier ist minus 1. Korruption. Ja, wird die bessern? Ne, ja, ne. Äh, warte mal. Äh, ja. Ist aber eigentlich egal, oder? Hm. Äh. Ach so, öffentliche Ordnung geht hier runter, weil wir so viel sind. Ja, aber wenn das runter geht, dann geht's wieder hoch. Ja, okay. Auch interessant, du kriegst minus 1 Unterhalt für alle Armeen, wenn du was mit Inspired Populance hast. Das ist natürlich auch gut. Das heißt, die öffentliche Ordnung macht da auch was dazu. Ist auch wieder neu für mich. 170 kostet das jetzt noch, ne? Ja, das passt schon. Okay, gut. Wenn ich den Steuersatz 5% bekomme für alle, äh, Städte. Ja, dann ist das eigentlich ganz gut. Ist jetzt nicht so viel. 5%? Naja. Naja. Bei 3.500 sind 5%, 10 wären 300, 150 Euro. Ja, aber pro Stadt, also wenn ich pro, pro, äh, Stadt. Region, Provinz. Region müsste sein, glaube ich. Oder Provinz, keine Ahnung. Provinz, Hauptstadt, ja. Pro Ding, das Zeug bekommen, dann. So, jetzt komm, renn drauf und geh in den Hinterhalt. Oh, in den Hinterhalt. Er geht nicht in den Hinterhalt. Okay. Okay, okay, okay. Ja. Ja. Ich könnte es so machen. Da ist egal, was ist da unten. Da stirbt nichts. Hier würde nur eine Dummratte sterben. Das ist okay. Tatsächlich aber überlege ich, die Siedlungsgarnitionen einfach wegzuschmeißen. Die auf den Gegner draufknallen zu lassen, damit ich hier dann kämpfen kann. Aber ich glaube, wahrscheinlich würde ich da mehr verlieren. Trotzdem versuchen wir es. Komm, ist eine coole Schlacht. Wir haben drei Armeen zur Verfügung. Ein bisserl was sollte ich auch selber spielen. Die Map schaut scheiße aus. Ich bin gespannt, woher meine Verstärkungen herkommen. Muss auch mal gucken. Weil die Katapulte möchte ich schon recht früh bekommen. Was sind das für? Das sind... Glaublich Doppel-Axt-Schwingkrieger. Na gut. Ich glaube, die Bergwerkeler sind nicht so gefährlich. Sollten sie zumindest nicht sein. Wo ist das jetzt? Gut. Okay. Ah ja, schaut mal. Perfekt. Aufstellung starten. So. Das hier ist meine Hauptarmee. Die erste. So. Das hier ist... Roblob-Techniker. Ja, aber da macht er nichts. So. Das ist die zweite Armee. Die können Bewegung schießen. Das ist sehr gut. So, weil dann würde ich sagen, die Armee reibt die Armee erst mal auf. Oder erst mal nerven und gut ist. So. Die stelle ich dann tatsächlich hier so auf. Warte mal, wo ist denn... So. Roblob-Techniker. Genau. Ja, ihr seid eigentlich nicht Plankland. So. Ja, jetzt. Okay, warte mal. Ist halt so. So. Sind die Helden jetzt halt hier. Warte mal. Okay. Das passt. Die schmeißen wir weg. Die müssen halt wirklich einfach weg. Wisst ihr? Die greifen einfach an. Und machen ihr Stuff. Und gut ist. So. Der Rest bleibt stehen. Es kommen sogar noch Versterbungen rein. Ja, das ist ja schon nämlich schlecht. So, die Kanonen fangen schon an zu böllern. Das würde ich gerne versuchen zu verhindern. So. So. So, jetzt kann er hier schon mal kein... Wow, was hat er dann da gezaubert? Häftig. So, kleiner Puff für alles. Ist aber okay. So. Die greifen da an. Die müssen halt einfach sterben. Ach, das ist ja. So. Die G-Sails greifen an. Auf was Nutzloses. Naja, besser als nichts. Besser als nichts. Ich hätte gern, dass ihr die Kanonen dort angreift. Aber das geht halt nicht. Na gut, vielleicht dann auch noch. Muss nochmal schauen. Glauben, die sind natürlich nicht schlecht. Okay. So, der hat sich versteckt. Extrem so doof, das. Aber okay. Next try, die Kanonen zu vernichten. So. Gut. Das ist schön, dass ihr da angreift. Giftfunk-Mörser. Ja. Das macht sie sehr schön. Du kannst da angreifen vielleicht? Wieso wollt ihr wieder laufen? Ihr wollt laufen, oder? Nein, stopp, stopp, stopp. Dann schießt einfach nur auf irgendwas. So. Schön flankieren. Die Helden können natürlich auch mit in den Nahkampf. Ganz logisch. Ja, klar. So. Slayer. Okay. Wäre natürlich schön, wenn ihr den da angreifen könntet. Aber wollen sie nicht? Ne, die laufen lieber. Okay. So, was ist jetzt hier oben? Sind die Kanonen bezwungen? Das hier muss dann alles sterben. Das ist so. Das ist alles sterben. Das ist alles sterben. Da holen wir Ratten dazu. Wenn hier Ratten sterben, dann... Oh, schau. Oh, mein Gott. Dann nicht so. Die ist hier oben. Oh, schau. Ja, schau. Oh, schau. Okay, hier wird noch irgendwas geböllert, aber das sieht eigentlich ganz okay aus. Ich würde gern die da erstmal weg... Oh ja. Könnt ihr den da angreifen? Schießt? Wir gehen sich. Dann gehst du mal da. So. You're blocked yourself. So, ihr könnt ja auch da... Das ist... Einmal angreifen. Die Kämpfe hier, so wie sie lustig sind. Okay. Sind da Helden dabei? Ja. Ihr müsst zurück. Ihr müsst zurück. Ihr verliert hier nämlich. Ist nicht so gut dran. Ihr müsst weg. Das passt. Ist auch weg. Das irgendwie zaubern oder halt nicht. Missklick. Schade. Gut. Irgendwie irgendwas machen. Hier kommen jetzt lauter Verstärkungsgruppen. Auch sehr interessant. Können wir mal hier aufstellen. Das ist ein sehr interessanter Kumpf. Das ist ein sehr interessanter Kumpf. Oh ja, die spüle ich. Die spüle ich, die Rattlingkammel. Ich hoffe nur, die machen da jetzt auch ordentlich Schaden. So. Nobody else greifen an. Okay. Das da oben sind sie weg. Jetzt sehen wir sie nicht mehr. Ja, da sind sie plötzlich, okay. 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 Das müsste drängen, ich finde es gut aus, oder? Würde ich jetzt mal behaupten. So. Die Rattlingkammel dreifen mir so an. Aber das passt alles. Ja, ja. Nee, es sieht gut aus. Die werden unter Beschuss genommen und sterben. Die Kanonen hat es immer noch. Krass, Mann. Ich habe die die ganze Zeit nicht kaputt gekriegt. Deftig. Gut, die Bergwerker werden dort angegangen. So. Ja, dann macht's mal hier die Heldentoten. So. Der braucht Hilfe. Der braucht Hilfe. Der braucht Hilfe. Der muss irgendwas machen. Oder mit Zeit. So. Schön wegzaubern hier den Scheiß. Das auch noch. Das sind auch die Lightning Cannon. Das macht's ja schön. Der ist sehr low. Der ist halt nicht immer weg. Der kommt drauf. Das müsste jetzt eigentlich langsam so weit sein, dass wir hier wirklich alles weg haben, oder? Okay. Der wird noch nicht so gut sein. Okay. So, dieser bleibt da. Dem geht's eigentlich ganz gut so weit. Dem auch. Dem eigentlich auch. Jetzt kommen die Army-Loss-Panaties langsam, oder? Ja. Kommandant wurde verwundet. Sehr schön. So. Wir haben es irgendwie geschafft. Ich weiß nicht, was gestorben ist. Da könnten ein paar Ratten toren. Ist aber egal. Ich wollte das einfach mal selber spielen. Manche Schlachten musste ich auch ein bisschen selber spielen. Es war jetzt doof, dass die eine, die Siedlungsgarnition, ich hab so Rückenschmerzen, dass die Siedlungsgarnition nicht ausgelöscht wurde so schnell. Ich hätte es auch einfach zurückziehen können. Wäre aber doof gewesen. War aber okay. Er hat halt den Hinterhalt wieder entdeckt. Krass. Obwohl ich 100% hatte. Plus nochmal 25. Ja. Äh. Schwierig, Leute. Sehr, sehr schwierig. Wirklich schwierig. Aber. Es gibt Nahrung. Nahrung ist immer gut. Ne? Es gibt Geld. Nehme ich. Nehme ich. Nehme ich. Und nochmal Geld. So, hier sind es zwei Ratten gestorben. Und da hinten auch was. Na gut. Also ich hab mehr verloren, als wenn ich automatisch gemacht hätte. Aber ist jetzt so. Ist auch nicht so schlimm. Ich kann dem nachsetzen, die Armee zerstören. Und dann baue ich mir hier halt wieder Truppen auf. Dauert halt ein, zwei Runden. Ist halt so. Er hat Grießkramen-Töter bekommen. Uh, Startmenge der feindlichen Armee. Äh, äh, hier. Winde der Magie. Wird Minus 10. Das ist stark. Hexoatel, Ritus von Sothek. Der ist halt nervig. Ja, Verschleiß und Na komm. Greifen die. Uh. Torokfan. Hat Stress mit Hexoatel. Auch interessant. Okay, okay. Muss man auch mal wissen. So, Unterstadt in Miri Klango zerstört. Das ist natürlich doof. Die habe ich gerade eben bekommen. Karakadrin fertig. Dann können wir hier doch wieder bauen. 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 Oh, Tunnel. Könnt mal. Mach ich jetzt aber nicht. Gut. Dann. Angreifen. So. Gibt es? Entscheidender Sieg. Hinterhalt nicht entdeckt. Tod. Gibt Geld. Danke. Gut, gut. So. Dem fehlt eine Sturmratte. Dem fehlt eine Sturmratte. Wie lange braucht die? Vier Runden. Oh, das ist teuer. Kriege ich die nicht woanders besser? Gerade nicht, ne? Nee, noch nicht. Okay. Bedauerlich. So, und dem fehlt... Nee, das ist der. Dem fehlen... Moment, das ist ja falsch. Dem fehlen zwei Speerraten. So rum. So, und dem fehlt... Dem fehlt... die Sturmratte. Vier Runden. Das tut natürlich weh, dass der vier Runden jetzt hier rumsteht, aber... Gut, ist so. Ja, der braucht eine Runde, dann passt das wieder. So, wie geht's weiter? Das haben wir schon fertig. Perfekt. Dann können wir hier weitermachen. Obwohl, wir können auch hier weitermachen. So. Oh, wieso nicht? Gut. Der da. Das da. Das da. Wenn Defending. Ja, das könnte man manchmal auch brauchen, wenn man blöd überrascht wird. So. Wir gehen weiter. Wir gehen da jetzt hoch. So. Ich sehe ja hier gerade nichts in Bitterspitze. So. Hinterhalt. Da kann man dann irgendwann angreifen. Gutes. Hier könnten wir noch Geld machen. Und Nahrung. Yep. Yep. Ich mache jetzt hier einmal Geld. Weil Nahrung schaut aktuell gut aus. Ich bin 20 im Plus durch die Untergrundstätte. Das ist solide. Das ist sehr solide. Das brauchen wir auch noch. Will da alles haben. So. Der muss nach Hause. Der braucht seinen Helden. So. Gut, gut, gut. Der muss nach Hause. Der muss einfach nur... Der braucht halt ein bisschen Zeit. So. Nochmal Verlustverstärkungsrate 5% bekommen. Das ist gut. So. Quick. Du kannst erstmal nach Hause gehen. Vielleicht wirst du da auch ein bisschen günstiger dann. Alles. Wer weiß. Hier ist alles mit Verschleiß zugeböllert. Ungeil. Okay. Gut. Ah ja. Wasser des ewigen Lebens. Zack. Zack. Sehr schön. Ja, nächste Runde ist er wieder voll dabei. Das passt. Der braucht halt noch eine Runde, bis sein Typ wieder lebt. Whatever. Das kriegst noch. Ah, wieso nicht? Magische Angriffe. Warte mal, der hat alle Boundings. Oh, magisch und Gift. Das überschreitet sich. Das ist nicht so toll. Ah, Cavalry Bane. Ja, dann wäre ein Kessel. Okay. Ähm, genau. Du bist fertig. Der. Au. Ähm. Hier gibt es nicht viel zu holen, aber eine Armee zu plätten. Ansonsten könnten wir nach Casa Bar. Oder ich versuche, diese Armee zu plätten. Aber ich bin ehrlich, ich würde lieber in Plünderstellung hier mich wieder sammeln. Komm mir, Lord, Craven Tate. Ich sage, ich sage, move! Move! Ja, 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 ja. Wir plündern uns hier zusammen. Das ist gut. Und dann können wir nächste Runde mal gucken, was wir einnehmen oder nicht einnehmen oder machen. Oder wie auch immer. Gut, 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 gut. Das heißt, das haben wir fertig, das haben wir fertig, das haben wir fertig. Pass. Passt, 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 alles fertig. Gut. Weiter geht's. Jetzt wird's dann bald wieder ein bisschen spannend. Ich muss halt noch immer gucken, wie ist mein Plan, wie, was will ich machen, wisst ihr? Was möchte ich alles tun? Und wie und wann und wo und so. Gut. Ist nix. Raikland interessiert noch nicht, weil die noch nicht so gefährlich sind. Ja, das andere Zeug. Okay, Hinterhalt verhindert, das ist so ätzend. Dass der Dauern dieses Hinterhalt verhindert hat. Mich würde mal interessieren, wie das gemacht wird. Ist das ein D20, der geworfen wird? Oder ist da irgendwie, wie passiert das? Es ist halt wirklich strange. So, in Lustria habe ich schon einige Unterstädte jetzt gebaut. Das schaut gut aus. Ich finde es noch krass, wie wenig Geld ich bekomme aktuell. Wenn du nicht dauernd im Plündermodus umherläufst, keine Chance. So, die sind ungefährlich, solange sie mit... Das ist aber eine sehr sturmrattige Armee, muss ich sagen. Die ist schon sehr sturmrattig. So. Ja, 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 ja. Okay. Vitryoth. Der Rest ist egal. Interessanterweise nerven... Nerven mich die... Nicht die Navarons. Die anderen Dunkelelfen. Wie auch immer sie hießen. Die nerven mich nicht mehr. Was ich gut finde. Wie hießen sie denn? Hier von Düsterklingel. Ihr wisst schon, wie ich meine. So. Nahrung. Essen. Er ist fertig. Der kann ja plündern gehen. Dann plündern mal da oben. Die macht sich langsam, die Armee. Das ist echt gut. So. So, es gibt wieder Geld. Der braucht halt noch drei Runden. Und der braucht vor allem Slickleblades. So. Der Mutant. Der kann ja jetzt hier... Angreifen. So. Schön wegböllern. Okay. Ausrauben. Und dann in Plünderstellung. Weil Feinde sehe ich hier gerade nirgends. Das heißt... Okay. Der ist sehr stark dabei. Aber noch nicht fertig. Okay. Ja, Führerschaft ist gut. Hier ist die Frage. Power Sam. Auskundschaften. Ja, Warpfeuerball. Der ist nicht schlecht. Den würde ich mal nehmen. Obwohl das gerade wichtiger ist. So. Und was kriegst du noch? Auch noch da. So. Interessant, dass das Plündern... Schaut mal. Hier steht... Für erforderliche Bewegungsrechte 25. Ich krieg 50. Aber wenn ich im Plündern gehe, kostet es doppelt so viel. Wahrscheinlich, weil ich vorher was angegriffen habe. Mega strange. Aber okay. Fabrigier. Wo ist der? Da ist er. Okay. Das heißt, du gehst da rein. Der muss nochmal kämpfen. Damit er rauskommt. So. Ist aber in Ordnung. Plündermodus aktivieren. Blündermodus. Mach den Warlord stolz. Blündermodus. Hallo. Wir schlagen die Brüder. Äh. Bei dem wollte ich den Blündermodus. Ist aber egal. Gehen wir jetzt hier so durch. Wir können jetzt zurückgehen. Quique ist ja jetzt fast wieder ready. Na? Sieht gut aus. Der gute Quique. Der braucht halt noch ein bisschen... Keine Ahnung. Das wird schon. Das wird schon. Trätsch. Ihr plündert hier lang. Ähm. Das können wir einnehmen. Das können wir tatsächlich vernichten. Na? Schön wieder was töten. Entscheidender Sieg. Ich würde vielleicht noch den Glitzschlag aktivieren. Obwohl das nicht so klug. Ist das ein böse Fin. Ja. Das geht schon. Oder? Passt. Ausrauben. No Plündermodus. So. Plündermodus. So. Oh. Zwei Armeen. Aha. Dann sollte ich mich ein bisschen zurückziehen. So. Vielleicht. Okay. Passt. Nicht optimal. Aber es passt. Selbst wenn er angreift, müsste ich das schaffen können. Die Armee ist ja stark. So. Die wird sogar gleich noch ein bisschen stärker. Wir kriegen nämlich hier noch... Ja. Haben oder nicht haben. So. So, 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 so. Wir können bauen. Da ist die Frage wo und was. Hier, das sieht nach einem Tunnel aus, den wir benötigen. Wir haben hier dieses Gebäude noch nicht. Das wäre wichtig. Katar braucht es gerade nicht unbedingt. Nee, das passt. So, mit den anderen 5000. Ja, bauen wir hier noch den Tunnel. Manchmal muss man halt auch investieren, dass die Investitionen nicht zerstört werden. Dafür gibt es hier bald wieder ein bisschen Geld und Nahrung. Da können wir noch bauen. Axlothl. Auch interessant. Sobald wir halt das Geld haben. Nur habe ich das gerade nicht. Bedauerlich. So. Fertig, 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 fertig. Fertig. Also die Zwerge haben schon viel. Hackreif. So heißen die da unten. Hackreif. Eine Stadt will ich noch einnehmen. Das macht die Armee dann wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Der Rest passt. Dann hole ich mir hier das so langsam. Ja. Ich glaube, ich werde an dieser Kampagne noch sehr lange sitzen. Der läuft davon. Okay. Aha. So, Karasakadak. Komm her. Mach was. Sei böse. Ist voll egal. Ist doch voll egal. Was möchtest du nur tun? Hm. 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 Ah ja. Gut. Haben wir also nichts gemacht. Sehr schön. Beziehungsweise ich habe mal wieder nicht aufgepasst. As always. Tut sich nichts. Nichts, nichts, nichts. Nichts, nichts. Ne, gut. Das, das, uh. Ja, das ist egal. Solange es ja bei mir nicht rumsch... Ich finde es halt doof, dass die jetzt hier runtergehen. Da hat es eine Zwergenarmee. Da muss ich reagieren. Okay. Okay. Der macht halt weiter. Korrosionangreif. Das ist halt doof. Das wird irgendwann... Wenn er da dann angreift... Hello, your mother. Nee. Nein. Mit Horden niemals nicht Angriffspack machen. Ist einfach so gefährlich. Weil... Oh, das ist nice. Weil, wenn die plündern und ihr macht nicht Angriffspack, könnt ihr da wieder nichts gegen machen. Das ist super ätzend. Deswegen nicht tun. Wenn ihr das verhindern könnt, nicht tun. So. Rangverschleiß. Das ist gut. Rang erhalten. Too weak to betray. So. Okay. Hier oben ist eine Zwergenarmee, die aus dem Tunnel herausgebrochen kam. Das heißt, die kann ich komplett zerbröseln. Er hat halt... Okay, okay, okay. Ja, aber wie gefährlich ist das? Ich bin zufrieden. Also in Katar, solange sie es nicht niederreißen, können sie da gerne machen, was sie wollen. Die Charaktere nerven halt, aber... Gut, ist jetzt so. Äh... Nee, da greif ich nicht. Move your tails. Oder... Oder... Ja, nee. Hm. Ich will halt nicht noch mehr verschlissen werden die ganze Zeit. Ne, das ist das Ding. Ah. Ätzend. Jetzt kein Verschleiß. Da komm ich nicht. Ja, schaffe ich die Armee oder nicht? Also... Mit Krieg. Müsste aber. Oder... Theoretisch schon, aber... Doch, doch, doch. Das geht, die haben Marlos und alles. Knapper Sieg Mittel. Das schauen wir mal. Das schauen wir mal. Wenn ich das jetzt verkacken, wäre echt peinlich. Aber ganz im Ernst, das muss machbar sein. Schaut's mal, der muss, wenn er hin will, hier runter. Ich kann mich hier oben aufstellen. Schön treppchenweise mit den Rattling-Kanonen. Ich hab den Warblock-Techniker. Das heißt, meine Katapulte und Warblitz-Kanonen werden seine Kanonen einfach nur zerbröseln. Das ist zumindest der Plan. Oh ja, oh ja, oh ja. Das fühle ich. Das fühle ich gut. Ja. Genau, aber seine Kanonen haben Reichweite 350. Meine Katapulte 400. Das ist eindeutig schon stärker. So. Dann machen wir das so. Und so. Und so. 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 Schön hin. Die müssen natürlich noch weiter nach vorne, aber das mach ich dann manuell. Okay. Hungry for four battle. Und der steht mittendrin und boostet dann einfach alles. Gut. Passt. Das heißt, die Truppen marschieren jetzt hier hin. Die marschieren noch ein bisschen weiter hier hin. Ja, die gehen halt hier so hin. Oh, warte. Okay. Oh mein Gott. Okay. So. Ähm. Ja, doch, der Plague Priest. Der macht erstmal das hier. Dann. Seine Kanonen. Die feuern jetzt schon. Das muss ich natürlich verhindern. Das ist ganz gefährlich. Hä? Wie können die jetzt schon feuern? 600 Reichweite. Wow. Okay, 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 okay. I get it. Not bad. Not bad. Gut. Katapulte brauchen noch ein bisschen. Ähm. Egal. Du machst jetzt. Die sind geboostet. Reicht nicht. Die sind geboostet. Reicht. Orgelkanonen vernichten. Bitte. Ganz wichtig. Die Chesails können die Dragonslayer angreifen. So. Die Katapulte können hier angreifen. Das ist okay. Ich hätte zwar gerne mit den Katapulten was anderes angegriffen, aber whatever. So. Die sind ziemlich kaputt, die Kanonen. Das ist gut. Die haben wir bald auch vernichtet. Sehr schön. Die Chesails können jetzt auf den Helden gehen. Die Redling-Kanonen sollten schießen. Wieso tun sie es nicht? Warum schießt ihr nicht? Schieß. Schießen. 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 So. Da sind wir fertig. Die greift jetzt da an. Schießen. 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 Redling-Gans. Ja. Ja. Hier geht's da hin. Du gehst nach vorne. Du gehst nach vorne. Du gehst nach vorne. Du machst das. Die Stör. Perfekt. Okay. Na, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ist sie gut aus? Okay. Tata-Pulte. Böllerei. 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 Der ist tot. Sehr schön. Wusten. Wusten. Redling-Kanonen bitte auf Abstand. Okay. Redling-Kanonen bitte auf Abstand. Redling-Kanonen bitte auf Abstand. Warten rufen. Du bist da ganz allein. Das ist gefährlich. Du bist auch allein. Das ist auch gefährlich. So weit so irgendwas. Krass. Er hat da hinten noch Mörser-Kanonen. Das ist natürlich extrem ungeil. Die kann man aber anreifen. Da kann man anreifen. So. Die sind fest am Arsch. Zurückziehen. Bitte zurückziehen. Da ist irgendwas gestorben. Oh, was ist das hier los? Wir rollen ja den Schiss, oder? Sieht schlecht aus. Das ist ein Schiss. Ihr solltet nicht in Nachkunft sein. Ihr solltet wirklich nicht in Nachkunft sein. Wirklich nicht. Also bei aller Liebe, ihr nicht. Ihr solltet nicht in Nachkunft sein. Können Sie da angreifen? Nein. Wir müssen alle laufen. Nicht schlecht. Stop. Einfach schießen. Okay. Okay. Du musst halt weg. Du musst halt einfach weg. Wie doof, dass ihr da nicht draufschießen könnt. Das ist echt bitter. Ihr müsst da fast in Nachkunft sein. Krass. Witzig. Schaut immer noch sehr schlecht aus. Nicht ehrlich. Das ist gar nicht. Die sind fast... Ja, hier stirbt alles weg. Ich glaube, das verliere ich. Krass. Heftig, Mann. Sollte nicht passieren, aber es tut's gerade. Okay. Ich habe wieder irgendwas massiv falsch gespielt. Aber dann muss ich ein bisschen spüren. Ich kriege halt die Amylos-Panatis nicht durch. Der sollte halt irgendwie entkommen. Genau wie der. Schau, dass wir Rettling-Gans nichts machen. Die sind doch komplett dooseless. Obwohl sie eigentlich sehr stark sind. Das ist doch gerade absolut brunzlos. Die Chassels sterben alle weg. Auch interessant. Ja, die Armee ist komplett vernichtet. Das wird wieder sehr teuer und das wird wieder sehr lange dauern, bis die steht. Aber okay. Ja, jetzt kommt er langsam rein. Oh, das ist so schade. Ihr seht das schon. Schade, dass die Camons nicht mehr schießen. Weil sie könnten. Aber ja. Das ist eine sehr schlechte Schlacht. Ich dachte, ich kriege das viel besser mit Brezel, aber anscheinend nicht. So, müsst ihr wirklich deine Nacken haben? Eigentlich doch nicht, oder? Ja. 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 Okay. Preaster ist tot. Krieg ist tot. Der Warplog-Typ lebt noch, kann aber auch nichts mehr machen. Warplighting-Canon. Die gibt es auch nicht irgendwo. Okay. Okay. Ja. Schade, 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 schade. Okay. Schade, 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 schade. Ja, bringt halt nix mehr. Das ist schon sehr schlecht. Besser gut wie tot. Er lebt zwar noch, aber kann er da auch nix mehr machen. Der kann noch mal Rappen beschweren. Er wird aber jetzt nicht den Unterschied machen, glaube ich. Die kann auch wieder irgendwo zurück. Alles im Arsch. Der bleibt nur da. Der ist unerschütterlich. Jetzt, ja. Okay. Okay. Schade, schade, schade. Die schade, schade, schade. Die schade, schade, schade. Hey, come. Die können noch angreifen. Die könnten noch schießen. Die könnten noch schießen. Die könnten noch nicht wieder in den Kalkan laufen. Das ist halt einfach dumm in den Kalkan laufen zu wollen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Da sind wir hier. Oh Leute, ich weiß ja nicht. Und jetzt alle ab? Das wäre nicht so gut. Ah, habe ich Army-Loss-Penalties? Ja, versuche ich nicht. Also nein, habe ich nicht, aber jetzt. Sie hauen alle ab. Schade. Okay, verloren. Na gut. Ich dachte, ich stehe hier wirklich gut da. Aber anscheinend stand ich nicht gut genug da. Gut, ich habe alles verloren. Geil. Der gar nichts, interessanterweise. Stark. Ja, Zwerge sind unbesiegbar. Die sind so stark. Also... Irgendwann lerne ich es. Irgendwann lerne ich es zu wissen, was ich schaffen kann und was nicht. Das war halt nicht zu schaffen. War nicht zu schaffen. Ich habe seine Kanonen nicht bezwingen können. Meine Frontline war zu schwach aufgestellt. Ich hatte keine Winde der Magie. Da ist alles zerstört worden. Krass. Ist egal. Ist egal. Ist egal. Ist egal. Ist egal. Der wird mich jetzt hier zurückzwingen. Und gut. So. Das heißt... Ich kann mich nicht erinnern, diesen Befehl gegeben zu haben. Aber okay. Ja. Das heißt, ich ziehe mich zurück. Spare Geld. Das dauert wieder drei, vier Runden. Dann zehn Runden, bis ich die Regiments of Renown wieder habe. Also zehn Runden fällt jetzt Queeks Horde aus. Zusammen mit seinem Pack. Ist okay. Ja. Gut. Wirft mich halt wieder zehn Runden zurück. Aber gut. Das heißt, ich kann nichts bauen. Ich kann nichts ausbilden. Ich kann... Ja. Schade. Sehr, sehr bedauert. Sowas nervt halt. Na. So. Ich würde gerne sehen, was du machst. Hallo. Es ist echt sad. Ich würde gerne sehen, was du machst. Ich würde gerne sehen, was du machst. Ähm. Okay. Das schaffe ich doch aber wohl selbst, oder? Das müsste doch machbar sein. Boah. Ist das Queeks Armee? Ja, das ist Queeks Armee. Okay. Na gut. Na denn? Dann ist das Queeks Armee. So, meine Verstärkung kommt von dahinten. Das ist ganz beschissen. Na gut. Na gut. Dann stehen wir da halt einfach Scheiße. Moment mal. Ich kann mich doch hier aufstellen, oder? Oh, man. Na gut. Dann ist das ja. Oh, man. Vor-scherrack zu werden. Ich kann doch noch nicht. Ich kann doch doch nicht. Es ist zurück. Das ist ein Blank! Okay, die können irgendwie so hin, die Dingers, die können irgendwie da hin. Die Redlings, ne das sind die Dingskranken. Bis die mal irgendwo stehen, wo sie nützlich sind. Na ja. Okay. Wir nerven da halt. Aha. Kann sich mal zurückziehen. Ja, wir beschweren einfach nur, oder? Die Katapulte schießen, okay. Besser als nix. Doom and Destruction, genau. Da sind die Eier. Wäre natürlich schön, wenn ihr angreifen würdet und euch nicht einfach nur abschießen lasst. Keine Ahnung, was das für eine Einheit ist. Das ist ja jetzt. Ja, das ist ja jetzt. Ja, das ist ja jetzt. Ja, das ist ja jetzt. Okay. Wiesen. Okay. Ja, also was stirbt, stirbt und was überlebt, überlebt. So, können sie da angreifen, oder lauft sie alle? Ja, das ist ja jetzt. Ah, das ist ja. Ah, das ist ja. Ah, das ist ja. Das ist ja. Ein bisschen bloß. Okay. Ich weiß nicht, was die angreifen, aber irgendwas wird sein. Hammerprobleme, das ist nicht so nice. Ja, wir müssen noch weg. Ich weiß, die sind im Flankler-Modus, gefällt mir nicht, aber bevor sie jetzt komplett zerstört werden, besser so als irgendwie anders. Ich meine, wenn ich verliere, verliere ich. Dass die mit Full Life abhauen, ist auch beschissen. Aber gut, ich löse es halt. Hier sind sie durchgebrochen. Rücken eine Kanon. Aber ist halt so. Ja, das verliert. Ich hätte halt eine Armee gebraucht, die standhaft ist. Eine bessere Position. Die Positionen waren gerade durch. Aber. Weil der ist in meinen Kanonen drin. Habe ich euch nicht gesagt, dass Soldaten greift? Schon, oder? Doch. Kann mich erinnern, dass er gesagt hat. Kann mich erinnern, dass er gesagt hat. So, das ist ein Gremit. Das sind die Gremit. Das sind die Gremit. Das sind die Gremit. Das sind die Gremit. Okay. Okay. Hier die Helden sind irgendwie alle tot. Die Gisels wollen nicht angreifen. Wird er das da angreifen? Wahrscheinlich nicht. So. Dirk, der? Das ist noch nicht angreifen. Dirk, der? Nein, ich weiß nicht. Wird, der! Wird, das nicht. Ja, ich weiß nicht. Ero worüber. Ich habe keine mögliche gefälte. Die muss nicht, was ich ejemplo ausgerüstern. Aber... Wird! Gälder oder? Schwierig, sehr schwierig. Die Gegenschredder machen ja auch irgendwie gar keinen Schaden auf die Eisenbrecher. Ist auch nicht so. Der Knie! Die B Lorenzen, die Böse! Die Böse! Die Böse! Die Böse! Die Böse! Die Böse! Ich meine, ich versuch's, ne? Ich will's versuchen, auch wenn's super unwahrscheinlich ist, es zu gewinnen, will ich es zumindest versuchen, aber nein. Nicht sehr wahrscheinlich, dass wir hier irgendwas gewinnen. Eine Menge Leute sammeln sich? Ihr wollt da nicht angreifen, oder? Also ihr könnt ja, aber ihr wollt nicht. So, mein Priester ist tot. Schlecht. Den hätt ich gebraucht. Oh, die sind 32 schnell, die sind müde, ne? Ne, das wird nichts. Der tötet die Armee ganz. Also ich kann versuchen, da drauf zu... dass die einen Nahkampf haben, das ist so dumm. Aber das ist... Na gut. Ja, ja, aber wird alles vernichtet. Ist okay. Wird alles vernichtet. Ja, wenn ich die Verstärkung an der richtigen Seite bekommen hätte, kein Problem. Habe ich aber nicht, also... Ja, der bombt mich gut in die Steinzeit zurück. Das ist jetzt sehr, sehr nervig, weil das sind bestimmt wieder 50, 60.000 Ressourcen, die einfach fehlen. Die sind einfach weg. Ich find's halt cool, dass das Spiel so... ja, alles tot. So ein Auf und Ab und Auf und Ab ist. Das macht's halt interessant. Also du kriegst halt... du kriegst halt Erfolgserlebnisse und dann wirst du wieder komplett niedergeböllert. Ist einfach so. Ja. Die beste Schlacht, die ich bisher hatte, war die hier drüben. Wo ich kurz vor Ende noch gesagt habe, okay scheiße, ich spiel sie, ich verliere das eh und dann habe ich es gewonnen. Das war die beste Schlacht hier unten. Ja. Die anderen Schlachten, die ich aktuell habe, sind alle scheiße. Läuft gar nicht. Aber ja, ich spiel's halt falsch. Ne, ich spiel's halt einfach komplett falsch. Und Skaven sind nicht stark. Ist einfach so. Skaven sind nicht stark. Ja, der nächste ist voll egal. Ist voll egal. Ja, 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 ja. Wir können uns alles nichts leisten. Alles egal. Ah, da sind Leute getötet. Gut. Ja, ähm. Können wir... Okay. Ich weiß, das ist eine solche Armee. Was ist gestorben? Irgendwas ist gestorben, wurde sogar gesagt. Zum Dienst bereit, das ist gut. Rikrog auf Rikrog. Das passt. Ansonsten... Tode. Ein... Puck Creek ist gestorben. Puck Creek. Ja, das war ein Häuptling. Und das war auch ein Häuptling. Habe ich noch einen Puck Creek Häuptling? Oder gibt's den noch? Kriegsgar. Krieg, Krieg. Ich seh keinen Krieghäuptling mehr. Nein. Nein, 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 nein. Okay. Dann brauche ich... Du musst ausgeta... Obwohl... Nee, das ist... Doch, das ist ein Kriegsgar. Das passt. Dass wir gucken, ob wir einen anderen haben, der besser wäre. Ähm... Waffenmeister. Was hat der? Stark. Ist auch okay. Gut. Dann wird das jetzt Puck Creek. Du wirst bitte Puck Creek. So. Du bekommst wieder einen Häuptling dazu. Diszipliniert. Der ist gut. Äh... Flinkisch. Okay. Gut. So. Der geht dann da rüber. Okay. Der hat sehr wenig. Der muss halt irgendein leveln. Warte mal. Da ist noch ein Häuptling dabei. Ah ja. Dann kann der weg. Okay. Mein Fehler. Der hat noch einen. Aber das muss jetzt Flinkisch heißen. Weil der andere Häuptling ist gestorben. Okay. Okay. Der hat das gut gemacht. Die Zwerge. Dann. So. Der hat kaum noch... Okay. Ja. Queek ist tot. Ähm... Für Queek, der tot ist, brauche ich natürlich einen anderen. Irgendeinen. Gibt es irgendwo einen Stufe 6 hier. Der wäre auch nicht schlecht. Rekrutierungskosten. Machen wir die jetzt mal runter. Ist nicht schlecht. Jaja. Okay. Gut. Wir brauchen diese drei. Und... Renown. Dann... Einen Gezail. Einen solchen. Gut. Das war das Geld erstmal von der Sicht der Seite. Hoffentlich kackt der nicht ab. Das wäre schade. Ähm... Dem kann ich doch bestimmt... ein paar gute Dinger geben, die nochmal helfen. Das ist nicht schlecht. Schreibe. Ja. Und dann kriegst du halt hier irgendwelchen Bummskram. Voll egal. Irgendwas, was kein Mensch braucht. Einfach damit er nicht abhaut. So. Viel Spaß damit. Ist alles egal. Gut. Dem... geht's da recht ähnlich. Der kriegt auch einfach irgendwelchen Bumscheiß. In der Hoffnung, ich mach das jetzt ansonsten Pech. Ne? Dann ist es halt Pech. So. Irgendwelche Gegenstände geben. Irgendwelche Banner. Voll egal. So. Gut. Das passt. Ihr dort. Der steht da eigentlich gar nicht schlecht. Den geht's gut soweit. Da können wir wieder angreifen. Die können doch plündern. Kasabar? Ja. Wieso nicht? Reisen wir Richtung Kasabar. Genau. Die machen das. Das passt. Der plündert hier noch. Der braucht noch ne Runde. Ok. Dann rennt der wieder hier hin. Der plündert. Das passt. Der braucht noch. Das passt. So. Auch in Ordnung. Zwei Handeln mit mir. Die mögen mich gar nicht mehr so sehr. Wie viel Geld gibt's durchs Handeln? 1500. Haben oder nicht haben. Ja. War halt teuer. Schlecht gespielt. Passiert? Das ist bei Runde 217 wenn ich das richtig gesehen habe. Wird also langsam. Es wird immer heftiger. Normalerweise könnte man jetzt halt schon durch sein mit der Kampagne. Wenn man es richtig spielt, alle Schlachten gewinnt und weiß was man macht. nicht. Aber nö. Zu diesen Leuten zähle ich nicht. Guck mal das Quirk. Äh. Ne. Brauch ich nicht. Ich bin zufrieden mit dem Handel. Ne. Wir handeln. Das passt. Alles andere ist unwichtig. Absolut unwichtig. Von dem her. So. Wir werden irgendwo angegriffen. Da ziehen wir uns zurück. Das muss man nicht machen. Wir werden wieder angegriffen. Ah ja. Dann ist die Armee schon wieder am Arsch. Sehr interessant. Kann ich es diesmal besser spielen? Ich weiß nicht wo seine Armee herkommt. Die hätte da jetzt nicht auftauchen dürfen. Ist sie aber. Na gut. Wir versuchen es. Wir versuchen es. Wenn die Armee jetzt auch wieder stirbt. Ja dann stirbt sie halt wieder. Was ich machen könnte. Das wäre ganz interessant. Ich könnte versuchen mich hier in dem Bällchen zu verstecken. Das wäre nicht schlecht. Weil normalerweise. Was man machen möchte mit so einer Armee wie ich sie habe. Ist. Diese Truppen. Die schleudern. Hinter sich lassen. Ne. Die müssen weg. So. Können die sich hier verstecken? Nein. Können die sich hier verstecken? Ja. Können die sich hier verstecken? Nein. Okay. Okay. Alles klar. Gut. Ähm. Ja das ist natürlich jetzt sehr beschissen. Aber so ist es halt. Ich meine ich kann mich für eine Zeit lang hier verstecken. Aber es bringt halt nicht so viel. Ähm. Ansonsten können die sich hier verstecken. Und mit den Truppen stelle ich mich halt irgendwie hier so auf. gut ist. So. Was anderes fällt mir jetzt echt nicht ein. So. Dann. Zurück ziehen. Schön in eine Ecke. So. Der kann so ein bisschen die Gegner stallen. Vielleicht schießt da was drauf. Schauen wir mal. So. Dann müssen wir noch ein bisschen warten. Jupp. So. Einfach ein bisschen nerven. Ein bisschen abwarten hier. Genau. Einfach damit die Kanonen stehen und schießen. Da regeneriert sich ja eh. Wäre natürlich schon. Oh. Irgendwas schießt ihn da heftig ab. Sehr heftig sogar. So. Irgendwie will er gar nicht weiter. Sind die gut gegen. Good accuracy. Oder ist gefährlich. Aber der kann sich ja einsam. Leider komme ich hier nicht sehr weit. Schwierig. Jetzt bewegt er sich erst wieder. Na denn. Der wird angegangen. Das ist halt doof, dass er hier die Gyrocopter hat. Ja. Gegen die kann ich noch dran. Zum Offen. So. Die sind aber recht schnell. So. Etwas Glück kann ich hier ein bisschen was machen. Mit Pech halt nicht. So. Mal sehen ob da was geht. Die können auch nicht wirklich feuern. Okay. So. Ganz viel Höllenfeuersturm zeigt. Ihr solltet hier die Kanonen töten. Das wäre wichtig. Da ist schon eine kaputt. Da leben noch alle drei. So. Wie schlimm ist das Feuer für euch? Eigentlich ist das sogar besser für uns. Der nimmt ganz viel Schaden. Der muss weg. Ihr müsst da auch weg. Okay. Ja dann geht's erstmal weg. Ist ja in Ordnung. Wir haben trotzdem ein bisschen Schaden gemacht. Geht jetzt da weg. Regeneriert euch ein bisschen. So. So. Okay. Der regeneriert sich ein bisschen. Alles gut. Ich könnte natürlich jetzt hier die Versteckung rutspinken. Warte, was ich bin. So. Dass die so gefährlich sein sollen. Ich meine die sind alleine. Das müsstet ihr doch hinkriegen. Oder? Mal ganz im Ernst. Das müsste doch hinkriegen sein. So. Dann müssten die doch rein. Schön drauf. Geht's doch schön drauf. Schön drauf. Schön drauf. Schön drauf. Schön rein. Und jetzt Schadenböller. So. Das müsste doch hier gut gehen. Vier Einheiten gegen eine. Go. So derzeit böllert sich hier selbst. Das muss noch weg. So. Da kommt was. Also hauen wir wieder ab. hier. Konnt ihr mich mal wieder im Wettchen verstecken? Na ja, wieso nicht? So. Armbroßschützen. Orgelkanonen. Hier hat er noch viele Kanonen, die müssen alle noch weg. Ja, ja, ja. Da macht's bubububububum. Das tut halt weh. Das tut halt richtig weh. Das tut halt richtig weh. so ist ja schön wenn ihr das hier so schafft wieder was aber nicht so eine große frage so hier drauf gefeuert tut ja massivst weh krass mann okay heftig ja der ist fast tot der muss weg der muss ja so die flammenkanonen gibt es noch jetzt ihr könnt anfangen auf diesen ganzen bums zu schießen das haben wir zerstört die dass das stört weg na das ist gut da jetzt noch andere schützen drauf gehen bzw geht es mal darauf wusste er hat er jetzt ganz ab ja der ist komplett gebrochen er hat zu schnell zu viel schaden genommen schade so hier geht es nicht der nächste der stirbt und angst hat ok so ok hier geht es da drauf hier geht es da drauf die werden von hinten flankiert hier kommt es damit so was das das du machst den der stärker du machst den der stärker so schaffen die das ja ist doch schon nicht so schlimm so die haben jetzt auch angst die können sich noch mal verstecken der kann morsche knochen zaubern was kein schlechter zauber ist hätte ich gerne so ja 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 so bringt das was außer schleichen unsere geschwindigkeit dieses dingens könnten wir mal auf den da versuchten ob das viel bringt oder nicht du solltest dich da verstecken so die andere schützen abnerven du machst dich ein bisschen stärker hier geht es da lang du kannst eigentlich da drauf gehen du kannst eigentlich da drauf gehen das ist ja schon wichtig so ok also die müssen wir schon so ein bisschen stallen die leute das ist schon wichtig so die höllenkanonen die kommen auch bald weg aber erst die armbrows schützen snacken der steht da ein bisschen sehr gefährlich der muss da raus ok ja Rackenora machts mal was ok so und zwölf die klänklein die ganze zeit ist natürlich auch ätzend so ok wir greifen da bitte an schaffen die das sieht so aus als hätten sie zumindest da als wir sind gestorben schade aber vielleicht schaffe ich es zumindest zu gewinnen das wäre natürlich nett sie gerade nur nicht so aus wenn sie da drauf gehen das ist die große frage der stirbt der ist ein zauberer das ist wie der Marsch ok auch kein Bock mehr das stirbt auch alles so na gut so ich kann halt auch nur attack moves machen mehr fällt mir gerade nicht ein was ist das ah ja hier ist gut ok wenn hier zeug stirbt stirbt hier zeug ich wurde überfallen das sieht nicht gut aus das ist doch nicht alles ok aber sieht zumindest aus als hätte ich die möglichkeit das zu schaffen den da reparieren den bitte reparieren ist er so weit weg repariert den da das sieht nicht gut aus ja die Poison-Hund-Mord hast du noch ein bisschen geschehen ok drama-ratten der lebt noch der lebt noch der flieht hier ist schon einiges gestorben der lebt noch genau da kommt Speerrockner raus das ist nicht so toll aber was sonst nichts ok da kann man noch drauf ein bisschen umzingeln den ganzen Bund da können sie angreifen so werde ich auf jeden fall wieder nachrüsten müssen da ist das viel von mir zerstört worden vielleicht verliere ich das auch noch das kommt immer noch gut an ne sieht so aus als werde ich das verlieren gerade eben sah es noch gut aus auf einmal haut alles ab weil die Fernkämpfer der Zwerge irgendwie sehr stark sind im Nahkampf was seltsam ist aber schon der greift da an der greift da an der greift da an ja treuse mit Noorta angreifen ich würde gerne ein anderes befehl geben darf ich das bitte gegen den will ich gar nicht kämpfen der ist das ist ein Held den krieg ich nicht weg auch hier verliert auch hier verliert kannst du da drauf gehen kannst du da drauf gehen sehr knappe Schlacht aber spannend sehr spannend die Gyrokopter sind halt echt retzend so du musst gewinnen du musst deine Schlacht gewinnen ist wichtig dass du hier nicht stirbst und nicht verbraust die hauen ab ich werde da angreifen oh nein mein Kommandant hat Schiss tja schade dann verliere ich sie doch weil er wird sich nicht mehr sammeln ne die sind zwar unbrechbar aber die werden es nicht mehr schaffen glaube ich einfach nicht glaube ich nicht ist wieder sehr knapp geworden die haben unendlich Munition seht ihr das die Gyrokopter schießen seit keine Ahnung wie vielen Stunden ist das ein Zauberer? das ist ein Zauberer das ist ein verkackter Zauberer hätte ich das gewusst hätte ich den von Anfang an kaputt gemacht ich dachte das wäre ein starker Held aber das ist nur ein Zauberer so alles flieht das sind schon hässliche Viecher Alter unheimlich sehr unheimlich so hat es noch irgendwo was? nö so die Gyrokopter müssen es dann demnächst abhauen schießen auch gar nicht mehr was eine beschissene Schlacht aber okay noch mehr Geld das ich ausgeben darf weil er irgendwie aus dem Nichts kam hab ich nicht war ich nicht in Deckung? ich war doch bestimmt wieder in Deckung naja naja wie ist halt immer so aber nur wenn er stirbt aber nur wenn er stirbt wann eigentlich? naja also wir müssen halt warten bis alle seine Truppen weg sind damit die Gyrokopter dann irgendwann keinen Bock mehr haben aber die haben halt kaum gefeuert das ist schon krass so die müssten bald am Rand stehen gut alter da oben noch lauter so Köpfe und so das ist halt schon schon echt eklig so was hat er jetzt hier? ihr müsst über Land angreifen ja langsam langsam tickt die Führerschaft runter und jetzt hauen sie gleich ab na gut dauert nur ewig also legendär schon heftig what the fuck okay das war die Schlacht ähm der ist gestorben das ist tot das ist tot das ist tot das ist alles tot hier wow ja teuer 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 32 Verluste und das Ding ist halt hier stehen die Verluste für echte Verluste das sind halt Viecher die tot sind na ouch beziehungsweise ja gut manche sind auch Mörser aber ouch krass man also die Zwerge machen hier gerade echt Probleme richtige Probleme na gut wir nehmen das Geld klar und dann versuchen wir abzuhauen so Morphic Scroch Scroch was auch immer das war wahrscheinlich ein Peitschenschwinger muss man einen neuen machen das müsste ein Peitschenschwinger gewesen sein vielleicht war es auch der Ashen Clan Priester wo nehme ich immer noch nicht so Katar wurde die Unterstadt zerstört schade noch weniger Geld gut naja na komm so Skroch Pläne über Pläne das ist gut so Skrotz wo bist du der stand hier ach nö von wem denn ernsthaft ok ist so keine Ahnung versuchen wir es dass der wie ist die Reichweite ist ja widerlich na gut na gut na gut so ist es halt ist es jetzt wieder ein Zauberer ne diesmal ist es kein Zauberer ok naja mal gucken Large Splash ist egal Tod von oben ne erfährlich die sind gefährlich aber gut wir werden das sehen wir werden das sehen so ja einfach mal los wir dominieren alle Dinge Zeit zu gehen jetzt ok ich hab Wortbomben das ist praktisch dann gib mir doch hier mal ne Wortbombe wenn ich jetzt Wortbomben hab das ist sehr gut so auf geht's kommt greift die Besitzer an die Orgelkanonen lasst euch umzingeln na los komm schon wo sind die Flammenwerfer schöner Schaden das kann ich noch zweimal oder so machen und gut ist ja das gewinne ich das ist machbar das ist auf jeden Fall machbar ich weiß nicht ich weiß nicht also ich werde gerade nicht abgeschossen nicht angegriffen gar nichts ist eigentlich ganz gut ja dann kann man hier so ein bisschen reparieren haben wir hier Tränke die irgendwas ne dumm so Flammenkanonen angreifen was hat denn da hinten was hat denn da hinten langwert und noch oder noch gut gut die haben Angst und sind Becken Schaden die werden angegriffen ah ja da kommt sie auch mal drauf genau es sind ja nur Ranger die machen nicht viel die sterben gut die haben auch ab neue Ratten holen ok passt ok auch noch reparieren noch mehr Ratten holen ich meine ich könnte jetzt auch einfach nur warten aber das ist dann ein bisschen sehr langweilig hat der noch Kanonen nö nicht wirklich ok gut so dann schickt er jetzt Langbert herein dass die gefährlich sind das ist halt so krass die Flammenkanonen da hinten ist die ganze Leine ist alles mal wieder gefährlich wie immer aber egal so hier geht's da drauf gut ich schlöste mir sowas hier ok mutateate so schafft er das oder schafft er das nicht der Sieg ist nah das hat Saruman glaube ich auch mal gesagt nur mit ner cooleren Stimme Ok Ok ja müssen passen mit etwas Glück gibt's auch Armadest Penalties da muss ich eigentlich sehr gut aufpassen Damit ich mich nicht selber umbringe. So. Gut. Den kannst du nachsetzen. Weg damit. Jürgen Copter sterben wieder. Okay. Passt. Dauert ein bisschen, aber passt. So. Eine Minute Immun gegen Psychologie, das ist auch nicht schön. So. Passt. Sehr schön. Okay. War mal wieder sehr interessant. Wenigstens das habe ich geschafft. Naja, dann habe ich am Ende das doch irgendwie gewonnen, aber... Okay. So. Muss der sich irgendwann mal... Weiß ich nicht, was ich von der Armee halten soll. Sie ist nicht schlecht. Aber ist sie gut? Sie kann was. Das ist halt so. Sie kann was. Aber irgendwie auch wieder nicht. Ist halt... Hm. Mal schauen. Na dann. Okay. So. Das passt. Wir nehmen das Geld. Ich brauche Geld. Dann nehme ich eine arme Socke. So. Gut. Wie geht es weiter? Endless Hunger. Endless Hunger. Ja, ja, ja. Hunger, Hunger, Hunger. Mehr. Ding ist das gut? Ich sollte es töten, wenn ich... Ah, ja. Was ist der Unterschied? Das ist... Ah. Das ist natürlich auch noch interessant. Wenn sie das lernen. Wenn sie das lernen... Gut. Ähm. Hier fehlt natürlich wieder so ein Held. Ein Meutenbändiger. Das nicht schlecht? Zuversichtlich ist gut. C ist aber auch gut. Gut. So. Du heißt... Scrotz. Du kommst da dazu? Äh. Durchwühlen. Das da. Das da. Das da. Das da. Das da. Das da. Und das da. Das da. So. Passt noch. Das dauert noch. So. Der ist gut dabei. Sehr schön. Ähm. Einen to sail und einen Dings halt. Dann brauche ich... Drei solche. Und ich glaube es wären noch vier Katapulte. Ich könnte aber auch Todesräder bauen. Die sollen angeblich auch gut sein. Angeblich. Ich weiß es nicht. Katapulte machen halt nicht mehr so viel. Das ist das Ding. Ich würde statt den Katapulten jetzt vielleicht wirklich die Wobblitz... Ne, ich bleib bei den Katapulten. Ich bleib bei den Katapulten. Der läuft hier hin, geht in Lara-Stellung. So. Bekommt. Ich hab eh kaum noch Geld. Zwei Gisails, eine Wobblitzkanone. Soll ich Todesräder nehmen, statt Dingschredder? Weil das ist auch gut aber das ist eigentlich besser. Hm. Nose-Eye-Dominate. Todesräder. Dingschredder. Das ist schon besser. Geschwindigkeit. Ich kenne die Todesräder halt nicht gut. Der hat als Fähigkeit Warp Over Charge. Starke Vitalität. Verursacht Entsetzen und Angst. Das machen die nicht. Die haben dafür sowas hier. Da kriegen sie mehr Rüstung und alles. Die hier sind eher so zum Rumschießen. Warpstone-Dings gegen Infanterie. Probieren wir's. Probieren wir zwei Todesräder aus. Warum nicht? Wieso nicht? So. Jetzt haben wir hier die Todesräder. Dann brauchen wir noch das da, das da und dann nochmal 2-2. Aber das dauert. Das geht jetzt nicht. Das dauert noch. Der ist dann soweit bis auf die Regiments fertig. Da fehlen noch die drei Helden. Eins, zwei, drei. Moment. Drei Helden fehlen. Und Regimenta. Eins, zwei, drei, vier. Sieben. Passt. Ja. Ist gut. Okay. Du sollst töten, wenn du eine Chance bekommst. Okay. Wer hat mich verletzt? Der plündert. Da sollte ich jetzt zurückgehen. Warte mal. Den kann ich doch crushen. Hallo? Den kann ich doch richtig crushen. Der ist doch tot. Der ist doch so tot. Da sterben so viele Radlinge. Ernsthaft? Nee, kann ich sagen. Das kann beim besten Willen nicht sein. Nee, was für ein Schwachsinn. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Das kann nicht sein, Leute. Das ist totaler Schwachsinn. Also, dass ich da so aufs Maul kriegen soll, glaube ich nicht. Glaube ich gar nicht. Der hat nur Nahkampfbums, den ich komplett in die Steinzeit böllern kann. Und zwar ohne Probleme. So, wir haben hier die Radling-Gunz. Die stehen da ziemlich beschissen. Stellen wir sie hier auf. Na, ist auch nicht so toll. Stellen wir sie da auf. Stellen wir sie da auf. So. Dann haben wir sie sails und Kanonen. Katapulte. Genau. Und ich bekomme ja noch Verstärkungen. Wisst ihr? So. Ready, steady, doom. So. Huch, wo kommen die denn auf einmal hin? Ach, ich krieg von verschiedenstem Stuffs da irgendwo. Ist okay, ist das voll klar. Irgendwas schießt hier. Gut, wie auch immer. So. Die haben geschossen. So, ich mach jetzt mal den da. Jetzt müsstet ihr doch gut schießen, oder? So. Ein bisschen drehen. Das passt. Das ist halt im Weg. So, die Katapulte. Dauert noch. Nicht so schlimm. So, jetzt ist er unsichtbar. Schauen wir mal mit den Ratten da hin. Wo er wirklich steht. Aha. Okay. Flammenkanonen. Die tun weh. Ist auch egal. Genau. Schön kaputt. Wenn er dann alles. So, das passt da ganz gut. Ja, ja. So, Rettlingkanonen fang auch an. Oh, das ist schön. Aber das ist halt nur, weil das Fliegzeit ist. Retreat, retreat. Voll egal. Weiter geht's. So. Ihr macht jetzt die Flammenkanonen bitte kaputt. Okay. Okay. Ähm, die können sich da einstellen. So. Na? Schaffen sie mich. Okay. Macht jetzt nix. So passt schon. Der kann ein paar Todesratten holen. Also die sollen einfach nur wegsterben. Und gut ist. So. Jetzt sehen wir, die Chassels anfangen zu schießen. Das müsste ja bald sein. Theoretisch. Genau wie die Kanonen. Naja, vielleicht nicht. Dauert noch. Egal. So, haben wir auf die Flammenkanonen drauf. So. Ach, die sind schon so gut wie toll. Ja gut. Egal. Passt schon. Haben oder nicht. Gut. So, die Böller. Die Rettlingkanne schießt. Leider nur hier auf diese Gyrokopter. Glaube ich. Ich schieß nicht nur die Kurven. Tschau, ey. So. Ich würde mal sagen, dass die langsam nach vorne rücken müssen. Weil der Feind schon extrem nah rankommt. Ist halt so. Aber ist okay. So, ich könnte... ...das machen. Ob das klug ist, ist ja die andere Frage. Töten. Einfach töten. Okay. Einfach töten. Einfach töten. Einfach töten. So. Macht sie? Wollen sie nicht. Tschau. So. 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 Geh' den Kastner! Hauptsache irgendwas tut sich. Ich schmeiß' jetzt alle meine Ratten weg. Die sind irgendwie schon wieder im Nahkampf. Das gefällt mir. Ich weiß nicht warum die immer in den Nahkampf wollen, aber... So. So. Okay. So, könnt ihr da angreifen. Beziehungsweise könnt ihr das da angreifen. Das wäre natürlich super. Töte einfach alles das eigene Zeug. Auch okay. So. Du konntest irgendwann angreifen gehen. Du auch. Irgendwann kann ich angreifen. So. Hier ist irgendwie alles blockiert. Ich weiß nicht warum, aber das ist so. Gefällt mir. Ich will euch nicht irgendwo hinstellen, wo ihr... ... anständig schießen könnt. Müsst du doch sagen. Jetzt. Jetzt. Ja. Will er nicht. Jetzt. Okay. Okay. So. So. Irgendwas ist da. Klar, war doch mit Schwerd. Die erwartest du auch gleich. Können sie da angreifen. Die bewegen sich. Okay. Ja ne. Wenn ihr hier rumlaufen wollt, das ist ziemlich zu tun. Alter, das Terrain ist schon echt ätzend. So, irgendwas schießt auf irgendwas. Sehr genau schießen sie aber nicht. Ja, was stirbt, stirbt. Fertig. Okay, wollen die Katapulte mal da drauf angreifen. Das ist nämlich schon echt wichtig. So. Was ist das hier für eine Einheit? Giftwildkriege. Geblossen bleibt. Okay. Dass der Gegner immer noch nicht aufgegeben hat, natürlich sehr bezeichnend. Aber okay. Gut, dann. Das boosten, das boosten. Wieder bitte toten. Aber wo buffe ich jetzt? Hier ist glaube ich nichts gut. Er hat hier noch sehr viele Truppen. Okay. Okay. Er hält wirklich stark durch. Der hält sehr stark durch. Der hat ein bisschen Angst. Die anderen Zwerge nicht. Die sind sehr tough. Der ist low. Der hat ein bisschen Angst. Der hat ein bisschen Angst. Obwohl er es eigentlich schaffen müsste. Aber... Der stimmt halt wirklich, ne? Oh, Mann ey. Was? Nicht gut. Nicht gut. Okay. Die Katapulte. Okay. Der andere ist entweder verwundet oder gestorben oder sonst was. Ich weiß wieder keinen. Ich weiß nicht. 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 Schon viel. Das Railpack hat viel Schaden genommen. Rikruk ein bisschen. Die Garnision ist egal. Ich glaube der hat das überlebt. Wäre sogar wichtig. Der müsste komplett tot sein. Weil er durchs Tunnelnetzwerk gekommen ist. Ja. Mal schauen. Mal gucken. Ob und was sich hier alles tut oder nicht tut. oder tun kann oder so gut gestorben ist hier nichts dort auch nicht das war ja mein ziel der rest ist egal hauptsache es stirbt nichts das war das wichtigste der darf nachdem er das tunnetzwerk verlassen hat noch laufen das ist pervers das ist echt unfair aber okay so ist es soll ich den nachsetzen ja ich bin mir auch nicht sicher aber ich habe die katapulten hau man weg tot ist tot ich muss das halt manuell machen weil da stirbt was aber das geht ja das passt wie schaut die map aus sehr gut passt passt weil die ki wird wieder abkacken also mit der situation nicht klar kommt und dann ist das ganz gut gut nein da stellen wir uns bestimmt nicht auf vielleicht eher hier so okay und dann einfach bollern bitte da kommt jetzt eine menge tod auf euch runter sieht gut aus dass die gesails hier kein ziel haben ist natürlich sehr bedauerlich aber die katapulte und die war blitzkanone machen so jetzt schießen die auf sehr schön muss ich nur abwarten einfach abwarten ab und zu ein paar ratten reinschmeißen die sterben eh weg noch mehr damage alles flieht kleinratten sind echt schwach vor allem wenn sie gedebufft werden dann sind sie richtig useless aber du hast mit ratten einfach nicht ein verlust okay du hast mit ratten halt einfach nicht wirklich staying power also das sind saurus sind haben eine hohe zwerge natürlich ganz klar die haben richtig krasse staying power ansonsten menschen geht so menschen geht so was hat denn noch staying power was hat denn richtig wumms ja geld 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 ist er jetzt tot so ab nach hause gut passt passt wartet passt wartet passt wartet plündern genau ich wollte ja nach kasabar das weg so so der bekommt ups ah der kann das nicht ja ja so was der kann das machen so prüven tschüss tschüss okay dann plünderstellung plünderstellung den geht soweit ja ganz gut hier den beiden die sind da hinten halt naja so ich kann ein gebäude bauen mehr nahrung bessere mauern weil zum ausbilden muss ich ehrlich sagen erstens null zweitens null das dauert aber da kommen ja noch drei helden vier regiments also wir haben kanone the rappeling dings und hellebaden genau das sind die vier dinger hier passt hier fehlen nur noch die vier nächste runde zwei zwei hällebade also die sturmratten jaja antraste du heißen harter guut dann bin ich soweit damit jetzt zufrieden der jokarytz ist jetzt soweit alles weg also jetzt 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 ist wieder es sieht noch schlimm aus aber es ist es fühlt sich nicht mehr schlimmer Wie es aussieht, ist mir ja vollkommen egal tatsächlich. Ich könnte die hässlichste Person der Welt sein. Es wäre so gut. Es wäre wirklich egal. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wahrscheinlich würde ich dann auf die Webcam verzichten. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Vielleicht würde ich mit irgendeiner coolen Skaten-Maske hier rumsitzen. Aber dann ist zockenschwierig. Es ist, wie es ist, so wie es ist, so ist das. Alles strange. Nun denn. So. Okay. Ich werde demnächst gleich aufhören, glaube ich. Weil ich sollte kochen essen. Heute mache ich, habe ich mir vorgenommen, es wird verdammt lecker. Fisch. Fisch. Und. Risotto. Risotto mit Fisch. Je nachdem, wie ich da noch drauf bin, gibt es noch ein Eis. Mal gucken. Aber meistens nicht, weil ich so viel immer mache. Da muss ich eigentlich, muss ich, oh. Oh. Wo kommen denn die ganzen Zwergdinger hierher? Das ist gefährlich. Okay. Okay. Ja, heftig. Sind die nochmal dran? Ne, ne? Die waren schon. Okay. Oh, da muss ich jetzt aber sehr gut aufpassen. Oh je, oh je, oh je. Ja. Ist alles egal. Ähm. Du kannst natürlich mal da rüber gehen. Du gehst da. So. Da steht er nämlich ganz gut. Der nimmt das jetzt endlich ein. Bum. So. Und da machen wir auch nicht cool. Hafen bauen. Okay. Und nahrung natürlich wieder. So. Jetzt ist die Frage, was mache ich? Weil, wenn der hier steht, das kann ich halt voll vergessen. Das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Wisst ihr? Kann ich hier? Kann ich hier Warplitz kommen? Ja, kann ich bauen. Und Chazales auch. Und alles. Okay. Wie geht's da hin? Der geht da hin. So. Der hat nicht die höchste Priorität. Die höchste Priorität hat er hier. Das kann ich aber voll vergessen. Ähm. Ich komme nicht rüber. Schäbe. Gut. Dann plündern die sich jetzt mal nach da oben wieder durch. Weil ich muss den irgendwie... Da liegt Geld. Das sollte ich mir holen. Da liegt Geld. Und Erfahrung, klar. Aber das ist irgendwie Geld. So. Okay. Der ist nicht so gefährlich. Der ist noch ziemlich kaputt. Aber der ist stark. Und der wird halt hier angreifen. Und hier habe ich nicht viel. Ich überlege gerade, ob ich mich hier zurückziehen soll. Wenn der hier belagert, wirft mich deshalb wieder ewig zurück. Aber... Okay. Die bekommt er. Dann... Ich glaube es waren... Wann ist das so? Just say it. Katapult hat er nicht. Hier gehen die Todesräder nicht. Die gehen nur da... Ja gut. Äh... Hatte er... Ich weiß nicht mehr, wie meine Pack aussah von Quik. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Hatte er acht... Ratten. Ich muss nachschauen. Ich muss nachschauen. Ich weiß es nicht mehr. Das heißt... Ich schaue mir eine alte Aufnahme an. So. So. Äh... Quik Pack. Acht Ratten. Vier Tresails. Vier Kanonen. Okay. Passt. Das heißt, acht Ratten. Acht Ratten hatte er. So. Und dann die Todesräder, die ich hier gerade nicht bekomme. Ich könnte aber... Ich könnte aber... Ich könnte aber... Das hier bauen und kriege ich die Todesräder. Gut. Okay. Passt soweit. Okay. Okay. Obwohl, warte mal. So. Stinkt like a grace, ja. Macht keinen Schaden. Doch, macht Schaden. Schleier der Schatten. Führerschaft, Geschwindigkeit. Ja, aber... Rüstung der Finstern. Das ist noch nicht schlecht. Das wäre noch gut. Rüstung der Finstern. Das klingt gut. Also, die stehen da. Okay. Okay. Der hat Pech. Der hat Pech. Kein Geld. Braucht Zeit. Das ist so. Der baut der... Ich werde da jetzt eh belagert werden. Bin ich mir ganz sicher. Aber es ist dann halt so. Irgendwie muss ich da halt die Zwerge zurückschlagen. Vielleicht sollte ich auch Trätsch, Feigschwanz und Quiek zusammenführen mit ihren Packs und zu viert versuchen, die Wüste von den Zwergen komplett zu befreien. Das wäre wichtig. Und ich muss die Zwergensiedlungen abreißen. Das ist das Ding. Ich muss sie wirklich abreißen. Komplett. Macht kaputt. Das ist schon extrem wichtig. Ja, Tic-Tac-Toe, das ist... Das würde ich dir nicht warten. Das würde ich dir einfach nicht raten. Nein. Also, nein. Wieso? Wie soll das denn funktionieren? Er hat ein paar Sauros. Sechs Stück. Gut. Ist jetzt so. Hä? Nein. Das ist Schwachsinn. Okay. Ich weiß, wie ich es mache. Ich weiß, wie ich es mache. Da versuche ich jetzt klug zu spielen. Mal schauen, ob das klappt. Und zwar... Okay. Ist mir völlig egal. So, hier geht es dahin. Das ist ja jetzt echt keine Gefahr. Muss man ehrlich mal sagen, ist ja jetzt keine echte Gefahr. Perfekt! So, die Chazales sollten eigentlich auf Tiktatoren greifen. Ihr geht da so hin, ihr geht da so hin, ihr geht da so hin. So. Und dann gehen die Giftwildkrieger noch rüber. Der ist fast tot, auch interessant, schön abhauen. Der ist fast tot, auch schön, abhauen. Okay. Interessant, dass die fast sterben. Sehr interessant. Aber gut. Na gut. Der ist fast am Arsch. Ja, ja. Bereit, bereit! Okay. So, Skinko-Harte töten. Saurus-Krieger angreifen. Das ist natürlich krass, dass wir so viel Stay-in-Power haben. Das ist echt heftig. Leute, das geht so. Das ist zu krass. Das ist zu krass. Okay. Okay. Ihr müsst da weg. Ihr müsst da weg. Ihr müsst da weg. Lauft doch bitte, please. Leute. Lauft einfach weg. Okay. Einfach ein bisschen auf Abstand gehen. So. So. Tektatour lebt noch. Ihr solltet eigentlich auch auf Abstand gehen. Schön auf Abstand. Nicht euch hier umbringen lassen. Umbringen lassen ist falsch. Tektatour angreifen. Bitte. Dann sind die Mörser auch die Schmerze voll. Oder was auch immer. So. Ab. Sehr schön. Eigentlich sollten die immer noch Tektatour angreifen, aber... Tun sie das? Wo ist Tektatour? Da ist wieder keiner. Unsichtbar. Weg da. Leute. Leute. Ihr steht da. Nein. Einfach nein. Bewegt eure müden Asche da weg. Ja. 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 Da ist Tektatour. So. Töten bitte. So. Bisschen boosten. Tektatour steht wieder auf. Erhebt sich. Wird abgeknallt. Sollte er zumindest werden. We Could weight noter. Glow wriers. Ne için CB online. Auch angreifen. Wir hacen las Der hat immer noch die Schmerze voll, ok. ... ... ... ... Hier geht es auf Deckung. So, ich schaffte das. Oh, Tiktok zu sterben. Das ist gut. So, dann haben wir es. Dann haben wir es. Passt. Ja, seltsam. Seltsam, seltsam, seltsam. Aber krass, wie so eine... Aber das ist halt nur eine Unterstützungsarmee. Die soll halt nur mit ein bisschen Böllerei und einer Menge Meat Shield einfach nur Zeit abkaufen. Für die Hauptarmee. Für Threads Armee in dem Fall. Damit da die Kanonen und die Katapulte und alles böllern können. Für mehr ist das nicht. Naja. Naja. So, wir nehmen... das dann. Mit dir möchte ich... nichts machen. Du bist nur zum Handeln da. So. Karasakarak wird mir jetzt eine Menge Probleme bereiten. Dass die da hingekommen sind. Ätzend. Das ist... doof. Und klarer Himmel. Das ist stark. Tiktak-Tor besiegt. Kampagnensichtfeld und Bewegungsreichweite. So. Oh oh. Ah ne. Das ist gut. Hinterhalt. Vielleicht kann ich ihn aufdecken. Ansonsten hat er nichts gemacht. Das ist sehr gut für mich. Das ist sogar sehr sehr gut. Weil Quique jetzt eine Menge Truppen bekommt. Dann sieht es schon mal besser aus. Ich glaube ich kriege das hin. Okay. Dann kann ich vielleicht Skrots wieder ein bisschen verstärken. Muss man mal gucken. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Skar ist wieder bereit. Das ist gut. Wo? So. Okay. Der Rest braucht glaube ich noch. Krieg, Krieg braucht noch. Und Krieg auch. Okay. Gut. Passt aber. Ähm. Der hat ja dann alles. Der kriegt noch zwei Helden. Vier Regimenter. Genau. Werde du. Hier fehlt eine Warblitz Kanone. Und. Natürlich die Ding. Warte mal. Der da noch. Was fehlt sonst noch? Ein Giselle. Genau. Und dann zwei. Ja dann. Ja. Das wird in vier Runden fertig. Und das ist in drei Runden. Ja passt. Kann man machen. Okay. Okay. Der bleibt stehen. Bildet aus. Okay. Thretch. Wir können erstmal den da fertig töten. Das ist Free. Das war Free. Hat sogar sehr viel Geld gegeben. Holy Christ. Der da ist low. Der ist sehr low. Der ist sehr low. Gut. Blinderstellung. Ab in die Nähe. Und. Go. Vielleicht können wir den noch nicht. Hat er nicht gemerkt. Oder ist er mal auf. Passt. Geld. 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 So. Hinterhalt. Geld. Gutes Geld. Du kannst da hin. Du kannst dort hin. Ab in den Hinterhalt. So. Ich würde jetzt sagen. Ich nehme noch Auspuntschaften. Gut. Ernst. Weil. Ja. Fertig. So. Okay. Hat der noch irgendwas nützliches? Da. Nö. Und der da. Okay. Passt. Also hier habe ich einen Hinterhalt vorbereitet. Ob der klappt muss man halt mal sehen. Aber erstmal ist er vorbereitet. Und gut ist. Passt. 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 So. Die sind in Plünderstellung und Plündern. Der ist in Hinterhaltsstellung und Hinterheld. 100%. Besser geht es gerade nicht. Ich müsste diesen Warcrime mit der Erfolgschancen noch mal machen. Der ist wichtig. Der andere. Ich glaube der hat Zeit. Der hier. Upkeep. Heldenselbstverteidigung. Das passt schon. Passt. Gut. Dann kann ich jetzt hier wieder Armeen ausbauen. Die da. Die da. Okay. Passt. Der nimmt sich hier auch langsam Stuff weg. Ne. Das ist echt ätzend. Ätzend. Na gut. Ähm. Ich wusste dass ich da drüben. Das weiß ich. Hier drüben habe ich noch. Unterstädte die nicht ausgebaut wurden. Hier könnte ich zum Beispiel noch mal auf Geld gehen. Hier habe ich noch gar nichts. Jetzt. So. Ne. Okay. Itza hat so viel hier unten. Ne. Schon krass. Mach mal. Äh. Zuchtmeister. Führerschaft. Angriffsbonus. Und Verstärkungsrate. Das ist gut. Unterhalt. Auch geht beides. Das blockiert einander nicht. Okay. Okay. Raketen. Red Katering. Ah. Red Katering. Handelbare Ressourcen. Handelseinkommen. Das ist nicht schlecht. Der kriegt ja richtig viel hier noch. Okay. Ich mache jetzt erstmal Unterhalt. Unterhalt finde ich ist eine gute Sache. So. 220. Die Regimenter brauchen noch. Wie lange? Lange. Lange. Glaube ich. Fühlt sich mit der Zeit wieder auf. Ja. Okay. Ich glaube ich habe alles. Jep. Okay. Dann wollen wir mal sehen was noch passiert. Es ist halt. Ich bin halt sau langsam dabei. Na das ist das Ding. Ich bin wirklich. Wirklich langsam mit dieser Kampagne dabei. Aber. Hm. Geht schon. Irgendwie. Geht es schon. Ist halt nur nicht so. Easy alles. Aber naja. So. Aha. 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 Ja. Und da ist nichts. Da ist nichts. Raikland. Okay. So. Jetzt kommt wieder gleich Karasakarak. Da muss man wie immer sehr gut aufpassen. Okay. Das da hinten ist egal. Das ist wichtig. Hinterhalt. nicht entdeckt. So, ich könnte jetzt automatisch machen, aber es stirbt eine Menge Rappenzeug weg, das muss nicht sein. Ich kann das blitzschlagen. Wir machen große Armee, weil dann kommt hier noch ein paar Gesails dazu. So, Gefecht manuell für. Wichtig ist, dass ich seine Artillerie als allererstes ausschalte und danach muss ich nur noch warten und böllern. Das ist eigentlich alles. Weil die KI da halt wirklich schlecht steht. Aber das ist okay. Ich finde es gut, dass ich das abusen kann. Das gehört dazu. So, da hinten ist er. Warte mal, eigentlich will ich doch lieber hier oben stehen. Oder? Hier oben ist doch ein Feature. Genau. Genau. So. So. Bumm. Liegt los. Genau, genau. So. Schön böllern. Die vielleicht mit einer Ablenkung draufhauen. Die gehen schon so in die Richtung. So. Alles weg damit. Gut. Ihr bekommt jetzt wieder eure Freiheit zurück. Gut. Die Gesails können sich hier dazustellen. Die Giftwindmörser kommen hier. So. Kommt noch ein Giftwindmörser? Müsste eigentlich. Anscheinend nicht. Na gut. Egal. Alles problemlos. Passt schon. Ja. Gewonnen. Na, die Gesails machen ordentlich ein Böller-Damage. Hat sie irgendwo einen Helden, den ich angreifen kann? Hier den zum Beispiel. So. Tück-Arison. Den greifen wir an. Gehen wir drauf. Giftwindmörser. Mörsern. Gute Reichweite. 600 ist schon nicht stark. Ja. Ne? Der Held ist tot. Lange lebe der Held. Und das war's. Ich weiß jetzt gar nicht, was das für eine Armee? Wo? Ist das Tretches Armee? Ja, ne? Ah, der ist in den Hinterhalt gerannt. Ja, ja. Super. Super. Schönes Geld nehme ich. Vor allem, jetzt kann ich zu Katar und Katar niederreißen. Das ist wichtig. Das ist mein Plan. Das muss ich machen. Katar muss weg. Weg, weg, weg. Und zwar ganz dringend. Weil, wenn das nicht weggeht, wird's blöd. Und blöd ist nicht gut. Katar muss weg. Ich will hier die Zwerge aus der Wüste vertreiben. Und zwar ziemlich wichtig. Na, wenn ich sie nicht vertreiben kann, dann ist das ein Problem. Dann nehmen wir jetzt das Geld. Geld ist gut. So. Ähm. Genau. Ich hab da schon wieder eine Truppe gesehen. Oh, hier kommt aber viel Itza und 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 und. Da muss ich mich durchschnetzeln. Das wird nicht einfach. Vulcan ist gut dabei. Ja, ja. Ja, noch mehr Helden, die sich da ran wie zecken. Der hat sich jetzt nur zurückgezogen. Der hat, der ist noch nicht tot. Aber er ist so gut wie tot. Also da. So. Fünf Runden noch. Naja, die wird's halt. Die werde ich warten müssen. Ich könnte dem natürlich so ein Super-Todes-Rad geben. Hier. Ne, das ist ein Dingschredder. Ne, aber es gibt doch das Super-Todes-Rad. Hier. Das, da gebe ich ihm. Damit ich gleich weiß, der soll noch eins bekommen. Gut, gut. Ja, ja, genau. You, you might. Ja, okay. Bauen wir das mal aus. Ist ja egal. Der braucht noch. Okay. Hier kommt eine heftig starke Truppe. Die... Gut, der ist so gut wie am Arsch. Okay. Wir plündern uns da lang. Ist Itza mit denen verbündet? Hinterhalt nicht entdeckt. Quik ist wieder bereit. Sehr schön. Quik. Hallo. Gut. Dann. Los geht's. Vernichten. Niederreißen. Niederreißen. Das muss weg. Das ist wichtig. Das muss weg. So. Ich hoffe, Itza kommt nicht lang dahin. Gut. Ab nach Hause. Denen geht's nämlich gar nicht gut. Oh, das stinkt wie ein Grasier. Okay. Ja, ja. Du bleibst da. Du haust dann auch ab. Der. Kannst du dich das mal anschauen? Wieso nicht? Genau. Achttausend. Oder so. 20.000 wird's nicht wert. 6.000 Erfahrung. Was? Gut. Den da nehmen wir noch. Entrusted Worm. Poison after. Obwohl. Das da. Dann. Der ist ready. Der steht da. Dann gehen wir hier in Defensive Stellung. Sauflecken. Ja. Okay. Ja. Ja, nicht so nicht. Aktuell hab ich das Geld noch. Der braucht noch zwei Runden. Das passt auch. Endless Hunger. Gut. Das ist egal. Das ist egal. Das ist egal. Der steht da. Ja, ja. Der steht dahin. Trash geht auch zurück. Die sind nicht so gefährlich. Der ist gefährlich. Aber der kommt zum Glück nicht ran. Und ich kann noch fliegen. Das passt also. Okay. Dann. Ende. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Fünf. Quique ist tot. Dass ich Quique verloren hab, tat weh. Hat sehr weh. Das war schon wieder so eine Niederlage, die absolut unnötig war. Ich weiß nicht, warum die überhaupt passiert ist. Aber naja. Wie es halt immer so ist, ne? So wie es ist, so ist es. Naja. Alles schwierig. So. Kochen verschiebt sich natürlich auch wieder massiv nach hinten. Jetzt ist schon wieder 13 und noch was. Schlimm. Es ist so, so schlimm. So. Karasakarak. Der läuft. Ja, laufen kann er ja. Laufen ist okay. Wenn ich hier gelandet. Aha. Da wollte ich hin. So. Nichts passiert. Sehr schön. So soll das sein. Wieder ein Mistklick. Hä? Hä? Okay. Gut. Ich muss dazu noch schnell hier nachschauen. Rikruk ist wieder bereit. Das ist schön. Das brauchen wir. Gut. Ähm. Okay. Ist das richtig? Feminist Vala. Hinterhalb fallen. Ah. Das war das. Ich dachte schon. Digga. Gut. Wer? Du? Du? Der ist ready. Dann kann der da hin. Der geht hier hin. Die Stadt. Mein, mein! Geht noch mal in Deckung. Vielleicht klappt es ja jetzt. Wenn nicht, dann halt nicht. Der braucht noch. Okay. Der hier braucht noch das Todesrad. Das dauert noch zwei Runden. Genau. Der läuft mir hinterher. Ätzend. Aber so ist es halt. Auch die Lizardmen will ich nicht das hier groß Fuß fassen. Vielleicht wird es Zeit, dass ich hier mir selbst was aufbaue. Aber ich kann es halt nicht halten. Und das ist das Problem. Und ich werde es nicht halten können. Und das ist halt schon echt ätzend dann. Das hilft. Das hilft viel. Leider habe ich hier keine... Doch ich habe schon alt hier müssen. Vier Regimente, zwei Helden. Ja, gut. Das ist fertig. Krieg ist fertig. Ihm fehlen nur noch die Helden. Aber dann kann auch der sich mal daraus bequemen und auch in Hinterhaltsstellung gehen. Schauen wir mal. Weil da hat er jetzt hier. Die sind zwar erst Einheiten, aber... Ja, das dauert noch. Da gut. Okay, passt, 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 passt. Der braucht seinen Dingschredder. Ding, ding. Das dauert noch. Okay. Dann wurde irgendwo eine Unterstadt fertig. Die Erwachende. Die gibt Geld. Die Erwachende gibt Geld. Ich kann nicht die Realität rechreiben. Unterhalt für Warpflammenwerfer, Warpflitzkonjunktoren. Minus 2%. Kostet aber Geld und Nahrung. Energie plus 3%. Uh, wenn ich das überall hin tun würde. Geht aber, glaube ich, bloß in großen Städten. Nee, geht überall. Vielleicht ist das mal eine Erweiterung, die ich mir holen sollte. Obwohl es ja nur für Warpflitzkanonen und Todeslieder geht. Ja, Kanonen habe ich einige, aber... Sind sie das Teuerste meiner Armee eigentlich nicht? Egal. Wir machen erst mal. Und das. Und das. Und das. Und das. Und das. Das passt. Ich könnte natürlich auch das hier machen. 200. 400. 820. Das lohnt sich erst ab da. 30% davon. 10% sind 200. 30% sind... Naja. Ja, das ist schon fast fertig. Ich weiß nicht, ob ich die 5 Runden noch fertig machen soll, aber ich würde mal sagen, ja. Ich glaube, die spiele ich noch, bis ich mal, bis ich Queek wieder fertig habe, spiele ich noch, dann machen wir Ende. Und dann kann ich nächste Runde versuchen, die Wüste irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Ich weiß es noch nicht wie, vielleicht reiße ich auch einfach alles nieder, wirklich ausnahmslos alles. So, da muss ich jetzt angreifen. Weil die Armee ist jetzt geschwächt. Das ist zu gut, um es nicht zu tun. Da muss ich rein. Da muss ich rein. Weil der hat sich gerade eine Ruine geholt. Riesenfehler. Da oben wollte ich ja auch noch bauen. Da habe ich irgendwas abge... Habe ich da schon angefangen? Muss ich mir anschauen. Wäre nämlich schlecht, wenn nicht. Wäre sehr schlecht. So. Toll. Äh... Aha. Er tunnelt. Er tunnelt. Ja. Ja, dann stirbt da eine am... Uh. Dann sterben zwei. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Das Geld wäre cool. Aber... Machen wir jetzt so. Der hat getunnelt. Selber schuld. Einheit lang war für ein Fehlschlag. Trash braucht wieder eine Sturmratte. Quique braucht halt noch Zeit. Weiß nicht, ob ich da jetzt angreifen kann. Vor allem, weil dahinter noch eine Zwergenarmee steht. Sieht nicht so gut aus. Vielleicht hätte ich es manuell spielen sollen, aber er erkennt mich ja langsam so ein bisschen. Das ist... Ich finde es ja krass, wie viele Armeen die Zwerge da einfach wegschmeißen können. Und das passt für die. Das ist für die vollkommen in Ordnung. Keine Probleme. Kein gar nichts. Das ist einfach... Die ballern die weg und gut ist. Und das interessiert sie gar nicht. Dass es die überhaupt noch gibt, die Gitz. Na, na komm. Okay. Unterstadt Nebelberg. Aha. Das ist schön. Können wir wieder Geld machen. So. Beastman, komm. Quique ist bereit. Okay, Quique ist... Quique kriegt wieder Star. Quique. Quique. Hallo. So. Ähm. Die kenne ich ja gar nicht. Aber hier muss ich eigentlich angreifen. Ich müsste. Weil er echt geschwächt ist, aber... Bin ich halt auch. Ich meine, der ist gut. Der ist auch gut. Wenn ich es halt abreiß. Schwierig. Ich meine, ich habe Waffenteams hier. Und auch hier. Das ist schon stark. Das muss gehen. Okay. Greif Quique an. Ne, ich glaube... Ich glaube, Threads greift an. Den... schieben wir einfach noch mit hinten rein. Ist erstmal egal. Der steht da halt. So, Threads greift an. Alleine. Threads greift an. Der ist doch nicht allein. Wo ist Quique? Wo ist Quique? Da ist Quique. So, Threads, du greifst an. Okay. Es ist ein entscheidender Sieg, den ich hier feiern kann. Hier stirbt nichts. Die Verluste werden als niedrig angegeben. Sind sie auch. Gut. Ich will es niederreißen. Das Gute ist... Ich kann mich jetzt hier hinstellen. Der bleibt da stehen. Der kann hier hin. Und könnte auch nochmal in Plunderstellung gehen. Haben oder nicht haben, ne? Das ist immer so die Frage. So. Mit etwas Glück ist er so blöd und holt sich jetzt die Ruine. Mit etwas Glück ist er wirklich so blöd. So. Der... Das braucht halt noch, ne? Genau. Hier hat sich gar nichts getan. Das heißt, wir können langsam... Ja, da rüber kann ich grad nicht. Okay, der hat hier zwei Einheiten, da nichts. Wir gehen in Defensiv-Hinterhalt. Wir gehen da hin. Und das gleiche noch mal. So. Passt. Hölzer brauche ich nicht bauen. Mäuerchen sind aber wichtig und Nahrung ist wichtig. Okay. Kann ich woanders noch was Gutes bauen? Hier bin ich noch ganz weit weg von allem, was wichtig wäre. Ähm... Jawohl. Ja. Soll ich hier einfach mal Nahrung bauen? Ich glaube, ich brauche das hier. Und das hier. Okay. Dann wollte ich ja noch hier oben schauen. Ah ja. Tunnel. Wichtig. Und? Oh, Geld. Tunnel Geld. Der Rest muss passen. Gut. So. Nächste Runde wird die Forschung fertig, die mir plus 5% Steuer gibt. Steuerzusatz. Ich bin sehr... Alisana, der ist auch stark. Ich bin sehr gespannt. Drache. Die haben Stress mit den Zwergen. Das ist interessant. Die Elfen mögen die Zwerge nicht. Das ist gut. Sollte mich eigentlich nicht überraschen. Aber... Tut's. Weil bei dem Spiel weiß man nie. Da ist alles immer komisch. Wie die. Aber das finde ich gut. Weil das heißt, die Zwerge haben Stress mit mir. Die Elfen machen da Stress. Das Problem ist bloß, wenn die Elfen die Zwerge übernehmen. Und ich zu langsam agiere, wird es ganz gefährlich. Und die Echsen, also Tic-Tac-Ton nicht so, aber Itzer und auch so ein bisschen Hexoatel sind stark. Also ihr habt die Einarmee gesehen. Vier von diesen ehrwürdigen Stegadons. Götter, Maschine der Götter. Die können so einen Laserstrahl vom Himmel abschießen, der alles verbrennt. Mega bastelt stark. Und ja. Okay, er kommt in den Hinterhalt. Ihn abzufangen, ein Gefecht zu verwickeln. Das machen wir nicht, weil wir sind alleine. Und Quick ist nicht stark genug, das jetzt zu bezwingen. Dann gehen wir zurück. Ist in Ordnung. War ein Versuch. Hätte ja funktionieren können. So. Hat unsere Armee entdeckt, dann ziehen wir uns zurück. Ist okay. Na, wir ziehen uns weiter zurück. Jetzt wird er auch noch Tredge angreifen. Der zieht sich auch zurück. Weil wir möchten nicht zu den Bedingungen unserer Feinde kämpfen. Wir möchten kämpfen, wenn es für uns günstig ist. Hoffentlich kann er nicht noch weiter, aber das sehen wir gleich. Er beendet seinen Zug. Gut, gut. Gut. Dann kann ich ihn ja jetzt zurückdrängen. Frieden verhandelt. Ist egal. So, Wächter der lebendigen Teiche oder lebenden Teiche oder irgendwelche Teiche oder whatever. Who cares? I don't know. So. Mhm, mhm, mhm. Feindliche Heldenaktivität gegen Siedler. Ja. Auch interessant. Das Ding ist, der wird es niederreißen, wenn er kann. Das ist nicht gut. Die 5% scheinen nicht so viel zu machen. Die 5% scheinen nicht so viel zu machen. Schwebende Pyramide. Dann können wir hier wieder Geld und Nahrung machen. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Gut. Ähm, genau. Jetzt ist die Sache. Den müsste ich verhindern. Weil wenn der das zerstört, ist teuer. Das will ich nicht. Ich will nicht, dass er das zerstört. Deswegen. Maschinen wir jetzt hier rüber. Das ist ja auch wieder sehr viel wert. Ja, genau. Greifen den an. Ja. So. Das schafft er auch alleine, wenn es wäre. Ne, das schafft er auch alleine. Aber. Hat den Hinterhalt nicht entdeckt. Soll ich es manuell spielen? Ne. Ich sterbe für Mimi. Gut. Dann. Knapper Sieg. Wirklich? Ist dem so. Okay. Statt, Vermin. Erinn, Mimi. Interessant. Hör auf. Hat er. Sieht nicht so aus, als hätte er verbesserte Mauern. Okay. Jetzt ist es auf einmal ein entscheidender Sieg. Ja gut, dann drauf. Gut, gut, gut. Der kann in Wunderstellung gehen. Passt. Der steht da ein bisschen doof, aber das ist in Ordnung. Mit den beiden Armeen kann er nichts machen. Solange nicht irgendwas aus dem Nichts sich her tunnelt, ist alles in Ordnung. So, das ist das gewesen. Der ist wieder bereit. Dann versuchen wir es erneut. Moment, das will ich vernichten. Das heißt, wir gehen da rüber, weil das wird vernichtet. Und zwar zerstört, zerstört. Das ist sehr wichtig. Ähm, das hier passt alles soweit, ist gut. Der hier kriegt jetzt endlich sein Todesrad. Genau. Dann... Tretch braucht eine Ratte. Die kriegt er gleich. So. So Peck kann noch näher ran. Und Kree kann angreifen. Der wird sich zurückziehen. Jaja, klar. Aber... Gibt's nicht. Zurückziehen gibt es nicht. Wir werden ihn weiterverfolgen. Weiterverfolgen und dann töten. Wir haben nur zwei Armeen. Ist nicht gut. Das ist Fail. Zwei Armeen ist falsch. Wo ist die dritte? Geht das jetzt? Jetzt. So. Niedriger Verlust. Geld passt. Okay. Gut. Queek muss zurück. Tretch muss zurück. Der muss auch zurück. Wir müssen alle zurück. Alle zurück. Alle zurück. So. Trätsch braucht eine Ratte. Krieg muss noch warten. Zwei Runden noch. Okay. Wir können wieder forschen. Ich finde das einfach irgendwie... Ja. Keine Ahnung. Es gibt nichts interessantes mir zum forschen. Ne. Das wäre noch gut. Erfolg Chance und Hinterhalt. Die 5% könnten wirklich einen Unterschied machen. Warte mal. Was war das hier? Irgendwo war eine Zweieinheit. Too weak to betray. Das könnte nützlich sein. Ich weiß es nur nicht. Ah. Hier unten. Schau mal. Er hat natürlich Mutationsstärke. Okay. Der Stufe 2. Bleibt der Stufe 2. Kann ich den austauschen? Das ist ein Kriegsherr. Habe ich einen besseren Kriegsherr? Ne. Nicht wirklich. Das ist cool. Assassine. Mit dem Kriegsherr entschlossen. Ne. 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 Den hätten wir noch. Aber. Er sind zwei Runden. Waffenmeister. Stark. Tut sich beides nicht viel. Ist sich egal. Okay. Wir können hier eine Siedlungsverbesserung bauen. Dann tun wir das. aus. Wir bauen auch endlich das Mäuerchen aus. Wenn wir schon mal dabei sind. Und dann können wir den Rest des Geldes benutzen, um noch ein bisschen uns auszubauen. Hier habe ich. Aha. Das ist dumm. Das ist eigentlich saudumm. Weil. Also hier. Ja. Geld. Aber. Ah. Ärgerlich. Wenn ich das. Das macht minus 25. Das würde auf 80 hoch. Weil. Ich würde mir natürlich hier gerne mehr Staff holen. Das geht aber nicht, solange ich. Oder ignoriere ich die Chance und gehe aufs Geld. 500 pro Runde. Ne. Nein. Nein, nein, nein. Das gibt es wann anders. Das gibt es wann anders. Das macht jetzt aber gerade gar keinen Sinn das so zu machen. So. In einer Runde gibt es das wieder. Okay. Ne. War. Nö. Nö. War dumm. War dumm. Das so zu bauen war dumm. Weil ich musste ja da oben mich ausbreiten. Wenn ich das nicht kann und nicht mache, dann habe ich davon nichts. Na. Es ist einfach so. Bringt so nichts. Ist einfach nur dumm. Tja. Wie es halt immer so ist. Okay. Izza ist stark, aber solange es da drüben... Es ist jetzt einfach. Nein. 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 verklicke ich mich und sage ja und dann verkaufe ich mich ganz günstig für 120 gold. das ist echt nicht viel. na gut, na gut. das ist dumm. das ist immer noch sehr dumm. ja ich kann mich hier auch zurückziehen, das ist kein problem. das macht nix. oh, aha. okay, haben aber keinen beweg mehr. gefährlich. sehr, sehr, sehr gefährlich. grollbart, okay. diese schwarzwald, diese ganzen blöd zwerge mann. die feenzauberin. argvylon. argvylon. ich will mit dir nix zu tun haben. gibt da nix. wenn ich krieg will, will ich nämlich krieg. hat der da viele truppen drin? ja, der war immer so schwach. zeig mir doch mal ein bisschen was. komm schon. ich will mit dir nix. ich will mit dir nix. so. 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 wow. das kann ich mir aber grad nicht wirklich leisten, ne? sitz da das geld? aber wir helfen mal. machen wir jetzt einfach. wir helfen einfach mal. das klingt lustig. deswegen hab ich kein geld. das ist ein mythos. gut. ja, das sind keine Ahnung. öffentliche ordnung, öffentliche ordnung, bla bla. so. das haben wir noch. ist egal. das haben wir noch. ah. ist das jetzt, ist das jetzt dort, oder? wir haben doch jetzt hier ereignisse, oder? Nahrung minus eins. also ja, das kann sein. ja. sehr seltsam. das macht grad absolut gar nichts. gut. quick. braucht noch ne runde. dann kannst du aber dich auch raus stellen und plündern. tretsch. genau das gleiche. der da. der braucht noch. kann eigentlich auch nach hause laufen, oder? oh ja. gut. so. der braucht noch zwei runden. auch interessant. lamia. könnte ich diese bell bauen? öffentliche ordnung, rekrutierung, rekrutierung, belagerungszeit, korruption, priester. macht aber sonst wenig, ist also egal. angreifen, zerstören, vernichten. auch weg. weg. teuer. wieder reißen. ich will das wegfahren. weg. 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 das will ich den Sweren nicht geben. weg. weg. das muss sin as rote訂閱. Okay. ah ja. schalte. truppen aufhöllen. will ich auch noch aufpassen. Okay, dann machst du erstmal das da, okay, der kriegt genau das da, so, der bekommt, das geht noch nicht, okay, na gut, also die brauchen jetzt angeblich 20 Runden, um sich zu regenerieren, hier bin ich natürlich jetzt extremst gefährdet, ich stehe hier doppelt bescheiden. Ich kann die Armee crushen, ich kann da angreifen, ich kann drum herum gehen, ich kann hier angreifen, okay, das wäre gar nicht so schlecht, vor allem mit der Armee zusammen, müsste ich machen, sollte ich machen, ist wichtig, so, die wird gecrushed, teuer, sehr teuer. Ja, warte mal, er hat meinen Hinterhalt nicht entdeckt, dann ist er doch am Arsch. Ja, der ist am Arsch. Zum Glück hat er den Hinterhalt nicht entdeckt, ansonsten, weil der hat halt Orgelkanonen, sehr, der Schaden 3000, boom, die machen alles kaputt, Gyrocopter, Flammenwerfer, die haben immer so viele Flammenwerfer. Und einen super grumpeligen Grumpelbart-Träger. So, aber, alles kein Problem. Äh, genau. Stellen wir uns hier auf? Ich weiß es noch nicht. Wo sehe ich denn am besten runter? Ich will ja seinen Bums weghauen, ja wohl eigentlich. Hier ist nicht schlecht, oder? Hier ist doch gut. Geil, das Horn, du an. Ja, das sieht gut aus. Ich würde sagen, hier stehen wir ganz solide. So, ein paar Pulte dahinter. Genau. Der macht das so. Die gehen da hin. Die gehen da hin. Die gehen da so hin. So. Und dann gibt es als erstes diesen Befehl. Diesen Befehl. Diesen Befehl. Und diesen Befehl. So. Macht die Oral-Kanonen kaputt. Das ist eure wichtigste Aufgabe jetzt. So. Und. Badabum. So, die sind verschreckt. Die sind noch nicht standhaft. So. Ihr dürft eure Ziele ab jetzt frei wählen. Glückwunsch zu diesem Privileg. Gut. Ich würde mal sagen, wir gehen alle so mal lang. Gut, yes, yes. Die Ziele können wir hier hin. Ja, wir werden sie bums. Okay. Die Helden natürlich nicht vergessen. So. Gut. Okay. So, hier wird schön geböllert, schaut euch das mal an, wunderschön, das sind diese Chassels, die können wir so dahin, ja, da wird alles einfach bum bum bum, ein längeres bum bum Bei Munition hatten sie ja, Reichweite, Genauigkeit, Nachladefähigkeit, da ist alles bum, alles da So, und solange ich hier Munition habe, klar, kann ich ja angreifen, ne? Gift wird mir also noch drauf, der Sieg ist schon mit nahe, sehr schön So, die Gyro-Jopter würde ich gern weghauen Guck mal, Ratten, hallo! Willst du da nicht angreifen? Uhuhuhuhu! Ja, komm mal her da So Mörser greifen an Die sind vergiftet, so wie es ausschaut, sehr schön Ja Hier, noch mehr Ratten, hallo! Servus! So, die haben irgendwie keinen Bock mehr anzugreifen Schicken wir die mal nach vorne Und die Katapulte, ja Können auch mal weiter nach vorne Und der auch Das passt ja schon So Böller, Böller, Böller Wunderschön So lieben wir das Hallo Hallo Irgendwann müsste ihm doch mal die Führerschaft ausgehen, oder? So ein bisschen So ein bisschen Aber nö Das ist für den vollkommen fein, dass hier Alles stirbt Aber trotzdem haben die noch Fette Jetzt erst Also erst wenn alles tot ist Wirklich alles Fängt es bei denen mit den Army-Loss-Panalties an Das ist so witzlos Es wäre mal cool, wenn wir die Schaut mal Erst wenn 90% vernichtet sind Oder fliehen oder so Boah, das ist schon krass Naja Egal, wir haben es gewonnen Dafür, dass es ein Sehr hochverlustratiger Pyros-Sieg gewesen sein soll Haben wir das ohne Verluste geschafft Sehr wichtig Gibt Geld Money, Stuff Einfach alles Ja, ansonsten Geld, klar Ah, haut ab Aha, aha, aha Ja dann Nochmal drauf Er ist ja jetzt free Gut Gut So, plündern kann der nicht Okay Dann bleibst du da stehen Und der plündert sich hier zurecht Gibt ja auch Geld So, das kann man noch holen Wir können auch das erstmal fertig machen Da Das da Das da Das da So, Queek Pack Queek, der braucht man auch Too weak to betray Hat er viele Klanbraten Nee, ne Eher nicht Okay Ähm, ja, warum nicht Ausbauen Mehr Geld Das passt Die Nahrung habe ich aktuell Nahrung schaut okay aus Können wir schon hochgehen So Passt, 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 passt Passt, passt, passt Das Geld behalte ich ja Weil Regiments of Renown Die gibt's nächste Runde Und dann sind wir fertig Das heißt, die nächste Runde beende ich noch Und dann das Schluss Dann haben wir heute aber auch wieder viel gemacht Muss man dann auch ganz ehrlich mal sagen Da ist ja wieder viel passiert Ja Ja Hm Hexoatel Ja, die werden auch gefährlich Hexoatel ist schon Ja Ja Ja, ja Schon gefährlich Witze Auch nervig Raikland So, gleich kommt wieder Karasakarak Ich wollte nur kurz bis 12 Jetzt habe ich bis 2 gemacht Wirk Furchtbar Äh, tu's nicht Tu's nicht Er blitzschlag die Hilfsarmee Soll ich da fliehen? Was hat er? Er hat einen Magier Den kriege ich weg Er hat gegen große Feinde aber Glaskanonen Er hat alte Grummler Er hat Gyrocopter Gegen die kann ich ja doch Und Kanonen, das geht Das ist machbar Wenn ich ihn dazu kriege Die Kanonen aufzugeben Oder ich zieh mich einfach zurück Ziehen wir uns zurück Das ist in Ordnung Dann hat sich das erledigt Dann müssen wir kämpfen Aber dann tun wir das auch Ok Na gut Na gut Ähm Das wird jetzt spannend Er hat Kanonen und Gyrocopter Gegen Infanterie Ja, er hat Thundalys und Dida Aber ich kann Ich könnte kiten Ich müsste ein bisschen kiten können Ok Ähm Es gibt Wenig Berglandschaft Ich muss auf jeden Fall dafür sorgen Dass er möglichst nicht viel mit seinen Kanonen anfangen kann Wo stelle ich die Chisails auf? Am besten hier so Genauso wie die Mörser Pass auf Die können ja da dazu Ein bisschen näher dahinter müssen So Die Mörser stellen wir irgendwie da dazu Ok Machen wir das mal so ein bisschen verrückt alles Ok Der ist schnell Dann bleibt der erstmal stehen Läuft hier so rum So Und der ganze Bungs hier Zieht sich zurück So Wo sind seine Kanonen? Da und dort Gyrocopter sind genau auf der anderen Seite Bedauerlich Na gut Dann muss man die hier zurückziehen Sangen Mörser Feuern mich Sollten sie aber Na komm Feuer Ok Ich versuch's jetzt hier mal Ich versuch's jetzt hier mal Ganz schlecht ist es nicht Ok die werden weggeflammt Schade Hat das wenigstens irgendeinen Schaden gemacht? Niemal So Die schießen Ziehen wir uns noch ein bisschen zurück Ok Ok Die Chisels machen da schon mal guten Schaden Das ist schön Die Kanonen sind wohl aufgegeben worden Sehr schön Sehr schön, sehr schön So die Gyrocopter machen wir kaputt Äh Das ist alles gefährlich Alles ist super gefährlich So So Kannst du den da enthalten? Nein, könnt ihr nicht Ok Passt schon, passt schon, passt schon Ist schon ok So Ok Ah gut Ist soweit in Ordnung Wenn die von der Seite drauf ballern können, ist das halt richtig gut Das muss mein Ziel sein Ok 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 Ich würde jetzt auf die angreifen Solange da hinten kein Stress ist Weil die Fernkämpfer der Zwerge sind beschäftigt, wir machen grad nichts Was sehr gut für uns ist So Da muss ich drauf, das ist so wichtig So Das sind Eisendrachen, ok Die schießen Die schießen Schön von der Seite Die machen nichts mehr Die machen hier sehr guten Schaden, weil die jetzt von hinten hier drauf ballern können, was gigantisch gut ist Warte mal, das sind Ja, so Ja, so So, was stimmt hier? Irgendwelche Ratten Oder sogar Das ist gefährlich Du musst weg Du musst auch weg Das passt aber Ok Also, du ziehst dich zurück, du ziehst dich zurück Du bleibst Die Chassels laufen hier gerade zu viel Und hier mal da so hin Ok Weiß ich drauf was weiß Das ist gefährlich Das möchte ich bitte nicht Weg, weg, weg Ok Ratten Kommt aber zu Hier müsst weg Hier müsst weg Da kannst du angreifen Da kannst du angreifen Du kannst hier hin Das sind hereingerufene Ratten, das ist egal Ok Ja, gut, drauf Mach, mach was Für dein Geld Ja, gut Drauf Ja, ne, 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 das sieht gut aus Ja, ne, 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 das sieht gut aus Ich würde sagen, das ist Hammer Wenn die aufhören zu laufen Ja, jetzt müssen die erst über den Hügel, ne Ja, jetzt fangen sie an zu schießen Ja, jetzt fangen sie an zu schießen Vielleicht kann man ein bisschen Abstocken So So Das meiste fliegt ja schon So Ok, der hat auch die Schnurze voll Jetzt müssen wir's gewonnen haben Wiesenslayer noch töten Das war's Trotzdem will ich den bitte weg haben Der muss weg Der muss weg So, und alle die wirklich verletzt sind Die bleiben zurück So Aber das passt schon Das passt schon Na also, gut Wir haben's gewonnen Die KI meinte Der Computer sagte Nö, ich verliere Aber ich hab's gewonnen Wieder cool Nicht ganz so cool wie die eine Schlacht Die wirklich uff war Weil das war gegen den Fullstack Und da haben mir ein paar Truppen gefehlt Aber Schon cool Kann sich sehen lassen, kann man machen Ah, ist Es passt schon Naja Gut Weiter geht's Da ist doch ein bisschen was gestorben Aber ist okay Das war sein Angriff Ich muss jetzt nur irgendwie nach Hause kommen Oh nee Nein, nein, nein Nein Warum? Why? Weißt du, wieso? War ist das ätzend? Was ist das? Das ist ein... Axtinfanterie Okay Gut Ja, ne, wie vorhin auch Ne? Ich stelle mich jetzt sehr breit auf Ich stelle mich jetzt sehr breit auf Pass auf Tersails sollten Irgendwo hin, wo sie gut stehen und schießen können Ich glaube, das ist hier schon gegeben Reicht das hier besser Reicht das hier besser Genau Okay Gut Mörser Mörser Globediers Globediers Der da Der da Der da Okay Okay Rotten zur Verstärkung rufen Die Gyrocopter nerven hart, aber Kann ich jetzt grad nicht so wirklich ändern Okay Naja Hm Ätzend 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 Könnt ihr da angreifen? Geht das Könnt ihr das? Okay Ja die Gyrocopter nerven, aber die muss ich jetzt einfach ignorieren Soweit wie es ist So Von hinten kommen Ratten Ist immer gut Dwarf Engineers Dwarf Engineers Andro schützen Hauptsache Hauptsache die ganzen Fernkämpfer Die sterben weg Der wird abgelenkt Der wird abgelenkt Die werden abgelenkt Die müssen ein bisschen näher ran So die kann man töten Du kannst versuchen die wieder abzulenken Ja Tausahan Also die Er wird abgelenkt De trur Dann Dann Wir sind auf Northeast Okay. 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 Ihr müsst da weg. Weil da irgendein Held rein kommt. Okay. Okay. So, der wird jetzt weggesnipert. Der haut ab. Sehr gut. Doch nicht. Okay. Passt aber so weit. Ich meine, ich verliere viele kleine Ratlinge. Ist aber voll egal. Weil er verliert ganze Armeen und die Ratten, die kriege ich relativ günstig hinterhergeschmissen. Dafür sind die Packs ja da. Die ich erstellt hatte. Diese kleinen Packs. So. Töten, töten, töten. Ja, hab ich gewonnen. Habe ich gewonnen. Nice. So, den noch schnell töten. Erst wenn er tot ist. Erst wenn er tot ist. So. Gut, wir haben wieder ein paar Ratten verloren. Ist aber voll egal. Holen wir uns neu. Geht schon. Ich muss jetzt nur irgendwie nach Hause kommen. Das wird schwer. Oder halt nicht einfach. Obwohl, mit Rikrok da. Das müsste schon gehen. Eigentlich. Vielleicht kann ich Rikrok irgendwann wieder zu Tretsch führen. Weil die haben ja so ein bisschen Synergie. Wie ich das verstanden habe. Oh. Aber erst wenn ich hier eine fünfte Armee. Und Skrotz braucht noch eine Unterstützungsarmee. Also. Okay. Noch mehr Ratten gestorben. Ist aber egal. So, hast es jetzt. Oder reicht jetzt langsam. Das coole ist, Karasakarak ist jetzt ungefähr auch so stark wie wir. Aktuell. Angeblich. Das ist gut für uns. Ähm. Nein. Den Angriff nehme ich ab. Das bringt mir grad wenig. Ich muss mich eh zurückziehen. Na. Und ich gehe nicht über die Tunnel. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ja. Ich habe es zerstört. Wenn ich es 15 mal zerstören muss. Auch in Ordnung. Ist aber egal. Na komm. Ich muss jetzt endlich mal Ende machen. Ich muss essen. Ich muss kochen. Und das Ding ist. Risotto kochen braucht Zeit. Da hockt man eine 40 Minuten da dran. Weil das Wasser muss heiß werden. Du musst es langsam machen. Nööööö. Ähh. Kriegerfluch. Ist nicht schlecht. Aber ich nehm. Immer das Geld. Subartun. Ja. Zeig. Zeig mir Subartun. So. Gut. Brav! To Satan. So. Die Ratte muss weiter. Also, ich kann dich blitzschlagen und töten. Ich kann dich blitzschlagen und töten. Irgendwann bringen wir die Forschungstehner gar nichts mehr. Ich kann da oben angreifen und es nochmal ausplündern. Mach ich auch. Die Ratten sind halt schon ziemlich heftig dabei. Gut, dann Plünderstellung. Hier sind ja keine Feinde. Das heißt, du gehst dahin. Erstmal, dann steht der da ganz gut. Du begleitest so ein bisschen. So. Nächste Runde kann der ausbilden. Dauert noch, aber kann er dann machen. Gut. Passt, passt, passt. Stopp, was haben wir hier noch? Oh, war zu viele Level ab die ganze Zeit. Einkommen habe ich irgendwann noch gemacht. Beziehungsweise einen Spaltenruf. Der macht ja... Der kostet nicht so viel. 28. 33. 33. Puh. Machen wir mal das Einkommen. Der da bekommt... Das da. So. Der und... Genau. Du musst weg. Du musst ganz dringend weg. Du haust ab. Du fließt... Du fließt... Über See. Fließt du und haust ab. Wirst du nicht. Na dann. Okay. Das passt. Flüss. Ist es es. Pack Queek ist noch nicht bereit. Pack Trash ist bereit. Feigschwanz. Okay. So. Waffenteam. Sturmratten. Ja. Gisails. Kanon. Queek ist wieder einsatzbereit. Mit Queek möchte ich ja... Habe ich gesagt, ich will hier alles zerstören. Das ist halt so viel Geld, was mir dann verloren geht. Aber ich muss die Zwerge weghauen. Die Zwer... Ich muss hier drüben alles weghauen. Die Dünen-Dings, die sind nicht so gefährlich. Die sind ziemlich egal. Die haben so lange nichts mehr gemacht. Aber... Der Bums hier, der muss... Ja, vielleicht war man los. Okay. So, Queek läuft los. Der läuft los. Der kann auch loslaufen. Sehr schön. Squeek muss. So. Der braucht noch. Auch der kann plündern. Alle plündern. Alle plündern hier. Ich bin 90-Warrior-Champion. So. Alles plündern. Queek, Thread, Stings, Bums, Blablub. Geld haben wir noch. Das ist gut. Geld ist wichtig. Kann ich irgendwo noch was Nützliches bauen? Aktuell... Nicht wirklich. Nahrung, Charakter, Korruption. Hier geht noch ein Dingens. Für mehr Geld. Und hier täten noch irgendwelche Dinge gehen, von denen ich nicht weiß, was ich machen soll. Ich meine, ich könnte ins Pocken-Dingens wieder bauen. Ich glaube, ich baue hier wirklich sowas hin. Und dann irgendwie... Was macht das hier? Aus allen Gebäuden noch mal mehr Geld. Komm. Why not? Bau mal diese komischen Tunnel und das noch. Und dann... Tschüss. Hauptsache irgendwas gebaut. Gut. Ich möchte noch die Armeen, die Ratten, die ich oben verloren habe, die möchte ich noch ausbilden. Dass ich da weiß, wo ich stehe. Und dann müsste es passen. Wow. Ich meine, ich habe dann schon wieder ein bisschen was geschafft. Aber ein bisschen was geschafft ist halt nicht zwingend gut oder viel oder sonst was. Das ist so... Äh. Äh. Wie es halt immer so ist. Naja. Naja. Ne? Schwierig. So, das ist in Itza. Das ist da drüben. Da ist das voll egal. Skavenblight wurde die Unterstadt entdeckt. Das ist bedauerlich. Weil das ist bedauerlich. Na dann. Das Skavenblight hatte ich in Unterstadt. Wieso wurde die jetzt entdeckt? Ja, muss ich abreißen. Godbreeder, den immer. Der ist gut. Klansbittl, jetzt nicht. Das Skavenblight zerstört. Weil. Weil. Ah. Wurde abgerissen. Wurde komplett weggenubed. Okay, okay. 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 Augen überall. Schwertes Cain beansprucht. Perfekt. Gut. So. Trätsch, Feigschwanz. Soll ich das da oben töten? Das ist da eine Armee, die da mir im Weg umgeht. Also würde ich sagen, ja. Aha, da ist noch mehr. Okay. Tschüss. Vernichtet. Sehr schön. Geld. Uh. Feenzauberin besiegt. Plus 10 Verlustverstärkungsrate. Das ist sehr mächtig. Gut. Das ist keine Starkarmee. Die ist egal. Der kommt noch mit hoch. Und der kommt jetzt auch nach. Und dann renne ich zu viert einfach rum und töte alles, was geht. Der ging in Lagerstellung und kauft sich Rattenlag. Eins, zwei, drei, vier. Eins. Eins, zwei. Eins, zwei. Passt. Äh. Ja, wieso nicht? Vier Erfahrung in dem Geld. Wir machen kaputt. Wir plündern aus. Wir sind Ratten. So. Wieder im Plündermodus. So. In Kommstärken. Fast Odin benutzt man halt nie. So. Nein. Forschung. Geschwindigkeit für Infanterie. Ja, whatever. Dann gehen wir irgendwie hier rein und dann da. Keine Ahnung. Okay. Der ist bereit. Das passt. Es mögen mich nicht viele, Leute. Bin ich im Schutzbindnis? Eigentlich nicht. Ich habe schon genug Stress. Okay. Dann. Unterstädte bauen. Ich würde mal sagen, das kann langsam weg. Das braucht es hier wirklich nicht mehr. Aber hier wäre ein Tunnel ganz gut. So. Das passt. Aha. Nahrung. Geld. Letzte Runde jetzt. Ah, was macht der? Ah, richtig. Kommt der hin? Wahrscheinlich nicht. Wieso steht der denn jetzt? Naja. Na okay. Ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ist nicht super, aber es ist in Ordnung. So. Das heißt, hier mache ich jetzt am Ende. Und dann sind wir da durch. Was ja auch ganz cool ist. Na, haben wir wieder einiges gemacht. Nicht viel geschafft, aber einiges gemacht. Das passt dann schon. Den Rest muss man dann halt mal sehen, wenn es so oder so ist. Ja, ganz easy. Ganz, ganz easy. Nette. Okay. So. Karasakarak. Die, ja, das ist egal. Ich finde es interessant, dass die Zwerge jetzt so von den... Oh. Nein. 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 Das mache ich nicht. Muss ich aber auch nicht machen. Ist aber interessant, dass der sich mit einem Tunnel darüber beamt. Ist jetzt aber nicht schlimm. An und für sich. Glaube ich. Vor allem, weil es halt in der Nähe meiner Stadt ist. Mit etwas Glück. Ja, mal schauen. Aber das sind alles Dinge für irgendjemand. Irgendwann anders. Irgendwann anders. Ja. Genau. Radratte. Okay. Okay. Okay, gut. Der steht jetzt hier, so wie er steht. Ich kann mich natürlich hier hinstellen. Warte mal, der ist doch super verletzt. Krieg ich den nicht weg? Ich bin schon verletzt hier. Was haben wir denn für eine Chance? 88. Weil er ist verletzt. Das ist sein Ding. Der hat das eingenommen und ist verletzt. Das muss doch machbar sein. Komm schon. What? Aha. Ähm. Sehe ich jetzt nicht. Sehe ich nicht, dass ich das so verlieren soll. Ist aber in Ordnung. Weil hier machen wir einfach Ende. Damit bin ich durch. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ich hoffe ihr hattet Spaß. Wie immer wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Tschau. Heyo, there. Thank you for watching. If you'd like to support me, simply hit the thumbs up button. Do you have any wishes, feedback or suggestions? Put them into the comments below. You may also subscribe if you're new to the channel. I wish you a wonderful and stress-free day. Take care. Bye bye. Bye bye. Untertitelung des ZDF, 2020